Und jetzt müssten wir live sein. Hallo und herzlich willkommen hier wieder mal zu mir. Was machen wir heute hier? Ich kann es euch sagen. Wir werden zum einen eine Sache für Rocket Beans erledigen. Da gibt es nämlich bald unsere Reihe, das Spielejahr 2002. Lasst mich nicht lügen. Und genau dafür muss ich eine Beurteilung, eine Bewertung abgeben für die einzelnen Spiele, die wir uns für diese Show auf Rocket Beans ausgesucht haben. Und ich werde, weil ich das bisher noch nicht gemacht habe, jetzt machen. Ja, und danach kommt ein Spiel, auf das ich mich tierisch gefreut habe schon die ganze Zeit. Moment mal ganz kurz. Und zwar zeige ich es euch gerne. Starship Troopers, Terran Command. Ein Echtzeitstrategiespiel im Starship Trooper Universum, was mir wahnsinnig zusagt. Und ich habe da richtig Bock drauf, das zu spielen, auszuprobieren. Und an dieser Stelle den Untermann zu begrüßen, der immer da ist. Du machst mir ein bisschen Angst, aber ich finde es auch schön. Grüße auch an die anderen. Love My Grenady und Dan Schiffman. Ja, viel mehr kann ich nicht sagen, außer dass wir gleich noch eine Runde Starship Troopers spielen. Eben gerade habe ich schon eine sehr schöne Runde. Moment, hier muss ich gerade nochmal alles einstellen. Ich merke gerade, ich habe mir noch manche Sachen noch gar nicht eingestellt. Eine sehr schöne Runde Witch It gespielt. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, kann ich euch sehr empfehlen. Gibt es seit fünf Jahren, ist so ein typisches Prop-Game, wo man sich als Gegenstand verstecken kann. Es hat aber durchaus ein paar andere zusätzliche Perks, die mir doch sehr viel Spaß gemacht haben. Allen voran zum Beispiel, Moment, habe ich denn jetzt eigentlich meine Streaming-Info richtig? Habe ich gar nicht, ne? Habe ich falsch noch. Da steht noch der Launch-Event. Oh Mann, das muss ich natürlich schnell ändern. Moment, das muss ich kurz mal machen. Spiele, ja, 2002, die Bewertung, die BTV-Show. Danach, Starship Troopers, Mann, warum habe ich das vergessen? Ich habe alles andere hier schon gemacht. Terran-Command. Okay, so, Copy, Pasten und ab dafür, würde ich sagen. Okay. Da haben wir es. Okay, Entschuldigung, das musste ich kurz noch machen. Wie gesagt, wir haben gerade Widget gespielt und es war so spannend. Da gibt es nämlich auch ein, zwei coole Features, die es ein bisschen heraushebt aus dem üblichen Prop-Game-Business. Man kann zum Beispiel, wenn man sich als, weiß ich nicht, als Hammer, ich lag irgendwo, lag ich als Hammer ganz oben auf so einer Holzplanke und hatte totale Übersicht auf das Areal, auf die Map und sehe dann, wie die anderen Dudes rumlaufen und suchen. Und die können die ganze Zeit mit Kartoffeln irgendwie die Gegenstände abwerfen, haben auch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Aber ich eben auch und eins dieser Spezialfähigkeiten war, dass man einfach irgendwelche Gegenstände herhinhexen konnte. Und die konnte man dann noch bewegen und damit konnte man die anderen so gut in die Irre führen, weil sie natürlich irgendwo was aufgeschreckt sehen, einen Gegenstand sich bewegen, rennen diesen Gegenstand hinterher. Und jedes Mal, wenn sie mal in die Nähe gekommen sind, habe ich diesen Gegenstand-Zauber benutzt und dann haben sie, ah, da habe ich ihn, da habe ich ihn und sind so losgerannt, irgendeiner, weiß ich nicht, einer Leiter, einem Tisch, einem Tablett, einer Gurke, völlig egal. Und konnte sie damit wieder so richtig so ablenken und in eine andere Richtung locken. Sehr, sehr empfehlenswertes Spiel, hat sogar so einen Among Us-Modus, den wir am Ende auch nochmal angespielt haben, hat mir echt überraschend gut gefallen. Also gerade dieser Among Us-Modus hatte nochmal einen Flow, weil man da eben auch die Aufgaben erledigen muss, aber gleichzeitig einer ist eine Hexe und muss einen der, oder bestenfalls alle, ihr kennt es ja von Among Us, in eine Kröte verwandeln. Genau, und dann, wenn man diese Kröte findet, kann man das auch melden und dann kann man diskutieren, genauso wie man es vom Original kennt. Also wirklich sehr, sehr unterhaltsam, findet ihr demnächst auf den Kanälen von Sterzig und dem Heno. An dieser Stelle nochmal danke für die Einladung. Okay, jetzt bin ich hier, was machen wir noch? Ich habe euch noch was zu zeigen. Bevor wir gleich anfangen, die Spiele des Jahres 2002 mit euch zusammen einmal zu bewerten, da kann ich die Jobs, die ich hier für Rocket Beans nebenbei machen muss, auch gerne noch gleich für meinen Stream verwenden. Warum nicht? Das hier ist der Plan für die, diese Woche. Jetzt, äh, manchmal gerade ein bisschen Digger machen. Da! Okay, was machen wir heute? Also wir machen das Spieljahr 2002, das Mon-Ranking für die FPV-Show. So, dann Starship Troopers Terran Command um 5. Wir haben also noch eine halbe Stunde Zeit. Ähm, dann haben wir am Dienstag die Volvic Aqua Games. Da spiele ich Pummelparty mit den ganzen anderen Hoshis und Hoshinen, die ihr mittlerweile gesehen habt auf Twitter, auf Insta und Co. Immer wenn wir Volvic Aqua Games spielen, sind ja immer eine Menge Leute dabei. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird sicher lustig. Gesponsert natürlich auch wieder von, äh, Volvic. Und darunter, danach, gibt's am Dienstag, also morgen um, äh, 19 Uhr die neue Staffel Fall Guys. Mir wurde gesagt, die neue Staffel fängt am 21. an und es soll ein neues Feature geben, bei dem wir alle auf einen Dedicated Server können. Das heißt, wir können alle gegeneinander antreten. Ich würde also gegen euch oder mit euch zusammen um die Wette dödeln. Und bin mal gespannt, ob ich da meine erste Krone kriege, denn bisher habe ich noch nie eine Krone bekommen. Am Mittwoch kommt, oder beziehungsweise ist schon da, das Chivalry 2 Pferde-Update. Und ich habe mit Kies gequatscht, wir hatten uns überlegt, was könnten wir machen. Äh, bald kommt auch Ready or Not nochmal mit einem neuen Update. Da wollen wir es auch nochmal versuchen. Also, wir haben uns entschieden, dass wir auf jeden Fall diesen Pferde-DLC ausprobieren wollen. Deswegen am Mittwoch mit Kies Pferde-DLC zu Chivalry 2 ab 16.30 Uhr. Und danach, weil es so viele Demos gibt, komm, ich zeige es euch mal kurz, wie viel Kram es schon wieder gibt. Hier, einfach mal unfassbar. Gibt schon wieder so viel Kram. Gut, das sind jetzt natürlich die Sachen, die ich gespielt habe. Aber hier, so viele Demos ohne Ende. Es ist ja gerade die Demo-Woche bei Steam. Es gibt so all diesen Spielen, all diesen coolen Indie-Spielen gibt es dann auch Demos. Und ja, das werden wir auf jeden Fall ausprobieren, uns da ein bisschen so durchspielen. Das ist geplant am Mittwoch nach Chivalry 2. Am Donnerstag, und da wird es dann interessant, ab Donnerstag bin ich bei den Rocket Beans. Jetzt habe ich mir hier überlegt, komm, schreibe ich mir das einfach in meinen Kalender mit rein. Rocket Beans hat mich daraufhin angehauen und meinte, ey, da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Ich könnte mich da und da eintragen. Dann wird das übernommen. Das werde ich auch noch machen, auf jeden Fall. Wir haben eine Sache, für die werde ich vielleicht vorher noch mal üben müssen. Und zwar spielen wir Hotline Miami mit nur drei Leben. Das ist richtig hart. Ich glaube, das wird richtig kurz, die Show. Wollen wir mal schauen, wie das wirklich läuft. Warte mal, warum steht hier eigentlich 12 Uhr? Ich glaube, hier stimmt der, vielleicht auch nicht. Hier stimmt, glaube ich, die Zeit aber noch nicht. Das läuft, glaube ich, erst abends, also ab 8. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Komm, nee, nee, komm, das ist ab 20 Uhr. Das glaube ich nicht, dass das um 12 ist. So, wahrscheinlich dann auch nur drei Stunden. So, was haben wir am Freitag? Da bin ich auch noch bei den Rocket Beans. Da haben wir Du Bist, da spielen wir Hero Quest weiter. Das wird sehr, sehr interessant, weil wir hatten beim letzten Mal schon sehr viel Spaß. Haben zwei fette Abenteuer durchgespielt. Und es wurde gegen Ende richtig lange, ausführlich, knifflig und sogar noch ein bisschen gefährlich. Dieses Mal wird uns Colin, nehme ich an, oder Fabian, ich weiß gar nicht, wer da am Ende jetzt der Game Master ist, uns in eine weitere Schlacht führen. Am Samstag ist der große Far Away Preis von Hamburg. Da spielen wir mit ferngesteuerten Autos. Was heißt, wir spielen nicht damit, wir fahren um die Wette. Es wird, also es wird wirklich um alles gehen, befürchte ich. Es wird sowohl Autofußball geben, als auch ein Parcours. Und das Geile ist, ich, als jemand, der bei Rocket Beans halt viel rumsitzt, habe natürlich den Parcours mir schon angeguckt. Und er sieht knifflig aus. Wir haben da so richtige Riesenräder, Four-Wheeled-Trucks. Ihr kennt ja diese Monster-Truck-artigen Dinger, mit denen man dann da so sich schlängelnderweise über den Parcours schleppen muss. Das sieht super knifflig aus. Ich glaube, das wird richtig heftig. Da werde ich ein bisschen üben müssen. Bin ich mal sehr gespannt. Das also am Samstag. Far Away, der große Preis von Hamburg. Am Sonntag habe ich sonst noch nichts. Hier steht es, kein Stream geplant. Warum ist das so? Weil ich mich am Sonntag mit meinem geschätzten Kollegen, gerade auch meinem Partner für YouTube treffe. Nämlich EdwardLaser2Go. So findet ihr ihn auf Twitter. und da quatschen wir ein bisschen über den YouTube-Kanal, über die Pläne für das nächste halbe Jahr und was man besser machen kann, wo noch andere Sachen gemacht werden müssen, was in Zukunft kommt. All diese Geschichten, also richtig Arbeit, 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 Arbeit diese Woche ist aber eigentlich, ich habe einen krassen Monat auch. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Tag frei gehabt jetzt am Sonntag und vorher, nachher. Ihr kriegt das ja hier auf dem Stream nicht immer so mit und ist auch okay. Aber man hat ja doch immer irgendwie noch anderen Kram. Ich war ganz viel bei Rocket Beans, das kriegt man dann gar nicht so mit. Dann habe ich immer noch irgendwelche Insta-Geschichten, irgendwelche, ich sage mal Influencer-Geschichten, wo man halt irgendwas noch aufnehmen muss. Das an Leute schicken, bearbeiten, irgendwann posten, all das. Da hatte ich super viel Zeug abzuarbeiten. Und dann ging es Montag, also heute direkt wieder los, wie gesagt, mit Widget, was ich leider nicht streamen durfte, weil es eben ein Video ist für Sterzig und Hanno. Also es ist irgendwie den ganzen Tag gefühlt irgendwas los. Ich mache es aber auch gerne. Aber ich muss mir irgendwann in der Zukunft, werde ich mir nochmal wieder ein paar Tage frei nehmen, aber ich weiß noch nicht wann. Ich weiß, ich habe in, glaube ich, zwei Wochen oder so, habe ich mal eine Woche frei. Da fahre ich in Urlaub mit einer Freundin. Da fahren wir übrigens, um Strompreise und hier Energiepreise zu sparen. Und was für die Umwelt zu tun. Fliegen wir diesmal nirgendwo hin. Wir fahren mit dem Zug, mit der Bahncard 100, danke an Rocket Beans nochmal an der Stelle, fahren wir an eine nicht näher genannte Lokalisation, Location. Und da soll es, soll es da ein Whirlpool geben? Ich weiß es nicht. Aber da wird es auf jeden Fall was geben, wo ich mich wohlfühle. Und dann chill ich da einfach mal. Chill ich mal eine Woche. Wahrscheinlich gibt es da nicht mal ein Netz. Und es wird genauso schön sein, wie ich es mir wünsche. Genauso schön seid auch ihr, lieber Chad. Ich habe euch im Auge die ganze Zeit. Danke an Rick für das Prime Abo. Und wir fangen direkt an. Nicht Sylt. Nein, wir fahren nicht nach Sylt. Obwohl es ja gerade echt ganz interessant da sein soll. Aber meiner Erfahrung nach ist es da schön, aber halt sehr windig. Und da hilft dir das dann auch nicht. Ich will irgendwo hin, wo ich hier in Berlin, wir hatten 36 Grad, meine Freunde. Das ist so absurd viel. 36 Grad. Und das ist wirklich für mich komfortscherbar. Das ist so warm. Du kommst raus, kriegst so eine richtige Dreier-Kombo-Hitze ins Gesicht. Bis danach fühlst du dich irgendwie instant schwitzig. Und dann musste ich den Tag noch irgendwie rumkriegen. Und ich war so froh, hier arbeiten zu können während dieser Hitze, weil man dann tatsächlich was zu tun hatte. Und hier nicht draußen rumlaufen musste und langsam zerfließen konnte. Das ist hier in Berlin halt echt so ein Ding. Hier ist alles immer ein bisschen wärmer. Ich kenne das aus Hamburg. Da ist dann der Wind, der macht alles schöner. Sylt ist genauso. Da ist das dann alles nur so halbschlimm. Weil die gefühlte Temperatur doch deutlich geringer ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ich bin nicht der Sylt-Typ. Genau, David Bugi. Danke auch DJ Mantuk für dein Abo. Ich habe einmal, ich glaube wir waren in Ostseebad Binz bei Siegen. Ne, ich weiß nicht. Binz, gibt es das? Das ist so bei Sylt, aber unter Sylt. Ein bisschen südlicher. Da war ich glaube ich, da war mein erster richtiger Urlaub mit Freunden, als ich mein Auto hatte. Da war ich dann gerade irgendwie 19. Sind wir da hingefahren. Habe ich beinahe alle umgebracht. Es sind zwei Dinge passiert. Zum einen habe ich beinahe alle umgebracht, weil ich einem riesigen Benzintanker die Vorfahrt genommen habe. An der Kreuzung. Und ich konnte kurz vorher noch bremsen. Und dann ist dieser riesige Benzintanker so an mir so vorbeigefahren. Und es ist zum Glück nichts passiert. Aber hätte ich nur eine Millisekunde später aufgepasst, bam, wäre es das gewesen. Ha! Und alle meine Freunde wären auch weg. Sie waren in meiner Hand. Das ist die eine Sache, die passiert ist. Die andere Sache, die passiert ist, ist, dass dort in diesem Ostseebad Binz, ihr könnt es mal googeln, ich glaube das ist es. Da gibt es so Centerparks und da waren wir halt. Es ist wirklich schäbig, wie man es sich so vorstellen kann. Aber wir waren 20 und viel mehr wollten wir nicht. Ja, und da wurden genau zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, an allen Orten in dieser Ecke, wurden die Ranger, die Beefy Ranger getestet. Ihr kennt das, wenn Produkte getestet werden, dann landen die erstmal irgendwo in irgendwelchen komischen Ecken. Da probiert man dann mal aus, kauft die jemand, sind die irgendwie, werden die akzeptiert. Ich habe so viele von diesen Ranger gekauft, für die ganze Heimfahrt auch, habe ich mit 10 oder so von denen mitgenommen. Ich habe den ganzen Scheiß leer gekauft, weil es neu war, weil ich es irgendwie cool fand, irgendwas Neues zu essen und weil ich total Hunger hatte, dann während der Autofahrt auf sowas. Und ich glaube, ich bin dafür verantwortlich, dass überhaupt die Rangers es in den normalen Produktkatalog geschafft haben. Bin ich wirklich fest davon überzeugt, weil ich so viele davon gekauft habe, dass die gedacht haben müssen, mein Gott, das Ding ist so Gold wert. Wir drucken hier Diamanten. Ranger, ihr kennt die Ranger. Heißt das nicht so Ranger? Dieses Längliche von Beefy, also so ein länglicher Teig, Fladen und da drin ist dann so eine ganz ekelhafte Beefpampe mit ganz viel Gewürzketchup. Und es schmeckt mittelgut. Aber damals war das der King. Damals war es der King. Ach, die, genau. Ja, heute kann ich die auch nicht mehr essen. Aber damals habe ich die alle gegessen und das hat dazu geführt, dass die überhaupt erst eingeführt wurden. Influencer, ohne es zu sein, so war das schon immer bei mir. Okay, jetzt aber genug zu dem ganzen Scheiß hier und jetzt lieber zu euch. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Haben wir schon YouTube? Nein, haben wir noch nicht. Okay, dann mache ich YouTube auf. So, wir haben jetzt nämlich folgendes. Wir haben diese, diese Nüsschen. Nein, diese Liste hier, die hat mir jemand freundlicherweise von Rocket Beans zusammengestellt. Das sind die Spiele, die wir spielen, angucken, betreuen, besprechen werden beim nächsten großen Spielejahr. Ja, das ist Sause, nenne ich sie mal, 2002. Das sind also alle Spiele, die 2002 rauskamen. Und ich soll dazu jetzt eine Wertung von 1 bis 10 abgeben. Das werde ich auch machen. Wir haben Doppelsound. Ah ja, hier, klar. Sorry. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja, und diese Wertung werden wir jetzt hier abgeben. Ich werde es euch ein bisschen, wir gucken uns den Trailer an, dann werde ich es ein bisschen erklären. Aber letztendlich kann ich natürlich auch nur meine Meinung so grob noch zum Besten geben aus der Erinnerung heraus, wie das damals war, wie ich es empfunden habe, wie ich die Spiele fand. Das sind auf jeden Fall Titel dabei. Die haben 10 von 10 verdient. Welche das sind, werden wir jetzt rausfinden. Das ist ja eigentlich kein Spoilermon. Also, weil das sind ja die Spiele, die 2002 rauskamen. Also, ihr könnt euch jede Sendung, Spieljahr, jetzt schon spoilern, indem ihr guckt, was sind in diesem Jahr an Spielen rausgekommen. Also, wenn überhaupt, gebe ich euch meine Meinung. Dazu muss man aber sagen, dass es ja 10, 15 Redakteure gibt, die alle eine Meinung dazu haben. Also, ich für meinen Teil habe nur eine kleine Stimme. Eine kleine, lächerliche Stimme. Und die gucken wir uns jetzt gleich an. Und ich erkläre euch dann auch, warum und was. Danke, Goodfella, für dein Abo. So, und hier noch kurz ein paar Infos, wenn wir schon mal dabei sind. Das alles gibt es gerade jetzt frisch auf dem YouTube-Kanal. Zum einen ist endlich Diablo 3 aus der Gegenteilswoche rausgekommen. Dann, meiner Ansicht nach, absolut lohnenswerte Geschichten über Simon und seine Leute. Seine Menschen. Die Menschen, die in Simons Welt leben. Geschichten zu verzweifeln. Drei wirklich grundlegend bescheuerte Geschichten. Und neues auch. Raus. Fünf Stunden Polizeisimulator mit Chiara. Wir haben uns ganz nach oben geschroben. Wer schreibt, der bleibt. Und wir haben so viel aufgeschrieben, dass wir direkt aufgestiegen sind. Und wir haben es fast, also ich will nicht sagen fast durch, aber alle, also die Reichweite der Fähigkeiten, die man erlangen kann im Spiel, die haben wir zum Teil dann schon ausgereizt. Es gibt, glaube ich, noch zwei, drei Level, die wir uns aufleveln könnten und dann kriegen wir nochmal neue Fähigkeiten. Aber wir sind schon relativ weit. Es wird graduell, sieht man richtig. Also ich würde behaupten, wenn ihr diese fünf Stunden gesehen habt, seid ihr schon zu 20, 30 Prozent Polizist. Viel mehr kann man euch gar nicht mehr beibringen als das, was Chiara und ich euch da beibringen. Okay, so, jetzt aber gehen wir zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte nämlich die Spiele jetzt mal so rein machen. Und dann gucken wir uns die kurz an und ich aktiviere die kurze Gehirnkiste. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob ich mich dran erinnere, wie mir das damals gefallen hat. Bin ich sehr gespannt, wirklich. Also Metal of Honor, Light Assault kenne ich noch sehr, sehr gut. Denn, ja, 2002, ne, da war ich noch bei den, ähm, bei Giga, ich wollte grad sagen Rocket Beat, bei Giga. Und da wurden natürlich solche Spiele immer bis zum Erbrechen gespielt. Und gerade der PC-Bereich hat die dann auch immer alle durchgespielt, ähm, weil es einfach so geiles Material ist. Dann, ne, Multiplayer wurde nochmal rausgeholt. Damals kamen auch bei weitem nicht so viele Spiele raus wie heute, deswegen musste man, ähm, solche Spiele dann wirklich ausreizen. Ja, man sieht schon, ne, es ist ein älteres Metal of Honor, aber damals war Metal of Honor eine der ganz großen Reihen. Damals für die Playstation, das erste Metal of Honor, hat sogar viele Dinge etabliert, wie das Helme abschießen, die dann andere kopiert haben, das Granaten zurückwerfen. Das kam, glaube ich, auch zum ersten Mal von Metal of Honor. Ich weiß nicht, ob es im Original war oder in Underground, aber auf jeden Fall ist es eine Metal of Honor Errungenschaft, dass die Soldaten, äh, sowas weiter zurückwerfen. Ja, und ansonsten ist es aus heutiger Sicht natürlich alles, ich will nicht sagen lame, aber doch, äh, es ist sehr schlauchig, es sieht nicht so doll aus, viel braun in grau. Aber so war nun mal die Nazi-Zeit. Sehr viel braun in sehr viel grau. Naja, ähm, ja, ich kenne sogar die Mission noch, genau, ich kenne die echt noch. Also, es ist ein, äh, schönes Spiel aus der heutigen Sicht. Fällt's mir natürlich schwer, sowas zu beurteilen, weil's heute nicht mehr als vielleicht, ne, ne 4 oder ne 5 von 10 wäre. Aber man muss jetzt ja auch im Kontext der Zeit sehen. Also fällt's mir bei sowas immer sehr schwer, eine genaue Wertung abzugeben. Aber ich gebe nur eine 7, weil ich glaube, dass Light Assault schon damals so ein bisschen der Titel war, der nicht so 100% funktioniert hat. Ich glaube, davor, und das war halt auch, glaube ich, DLC, ne, ich bin mir nicht ganz sicher, oder kam zumindest raus, gefühlt als DLC. Äh, ich hab ihn als okay in Erinnerung, aber nicht als so mega gut. Ihr sagt eine 8, ist völlig in Ordnung, natürlich. Moment, ich mach mal den Chat an, damit eure Meinung hier auch, äh, gezählt wird. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal bei einer 7, ne, wir bleiben mal bei einer 7. So. Ähm, jetzt kommen wir zu Sachen, wo ich vielleicht gar nicht so viel zu sagen kann. Weil ich kenne Virtua Fighter, ich hab's auch gerne gespielt, aber bin ich jemand, der Virtua Fighter spielen kann? Eigentlich nicht. Für mich war Virtua Fighter immer ein Buch mit 7 Prügeln, weil man schon checken musste, wie das Spiel gespielt werden will. Ihr werdet es gleich sehen, es gibt natürlich wenig bis gar keine Special Moves in dem Sinne. Also die E-Special Moves gibt's natürlich ohne Ende. Ich meine, so Fantasy-Projektile oder Waffen, ne, es hält sich schon an, an den normalen, an den normalen Kontakt zwischen zwei Kämpfern. Äh, und es sind so ein bisschen, man sieht's hier so ein bisschen, hat's auch Dead or Alive Online, weil's eben, äh, von den Animationen ein bisschen so aussieht. Und weil's diese schnellen Schläge und Kicke sind. Aber es ist trotz allem sein eigenes Spiel, es ist Virtua Fighter, das kennt man aus der Spielhalle. Es war nie eins meiner Lieblingsteile. Das ist so ein klassisches Virtua Fighter-Szenario, was man kennt. Es war irgendwie mir immer ein bisschen zu sperrig, ein bisschen zu skillig, könnte man sagen. Man kann hier nicht einfach rummeshen, man muss wirklich alle Moves kennen. Und dadurch hat's sich für mich immer ein bisschen sperrig gespielt. Und es war auch schwer, weil man natürlich nie jemanden gefunden hat, der das Spiel auch kennt. Das war ein großes Problem, weil es einfach nicht so bekannt war in Europa oder in Deutschland zumindest. Es gab, natürlich gab's Tekken, äh, Toshinden. Es gab die ganzen 2D-Prügler wie Street Fighter und Co. oder Mortal Kombat. Es gab natürlich auch Dead or Alive später dann und zu der Zeit gab's auch Dead or Alive schon. Es gab so viele andere Sachen. Soul Calibur, Soul Blade. Aber gespielt hab ich's nie wirklich. Aber jetzt, jetzt, schwierig, ne? Für mich wär das eigentlich ein 7 von 10er. Aber ich glaube schon, dass es für die meisten Leute eher ein 8 von 10er ist. Weil Virtua Fighter eine Reihe ist, die vielen Leuten sehr eng am Herzen liegt. Aber ich kann ja nur bewerten, was ich so sehe. Für mich war es immer nur eine 7. Insofern, nehmt's mir nicht übel, ne? Ich mein's nicht böse. Aber man muss ein bisschen Luft nach oben lassen, auch für die Spiele, die man gerne gespielt hat. Ich fand Virtua Fighter aber schon immer interessant, ne? Und da ist ja viel Tolles auch daraus entstanden. Allein Shenmue hat ja so ein Virtua Fighter Kampfsystem. Bei Shenmue gefällt's mir auch nicht so richtig, ne? Oh ja, okay, hier, komm, hier gucken wir unser eigenes. Wenn wir schon uns 10 angucken. Ach, das ist ja schön. Der Simon, da war alles noch in Ordnung. Da war er noch in seiner kleinen Royal Beans, äh, Kaminzimmer, äh, Kajüte. Und da haben noch 25.000 Leute live zugeguckt auf Twitch. Das waren Zeiten. Ähm, und trotzdem labert er am Anfang erstmal 6 Minuten rum. Naja, so ist es halt. Ähm, so, wir spielen das, da ist es, genau. Wir spielen das, äh, wir gucken uns das Remake an, in diesem Fall. Okay, wieder was Zeit, dass es jetzt auch mal losgeht. Da. Und das Remake hat sehr, sehr viele Sachen richtig gemacht. Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt mach ich mich mal ein bisschen leiser, ne? Sonst laber ich da die ganze Zeit rein, ist vielleicht blöd. Ähm, das hat sehr, sehr viele Sachen richtig gemacht. Denn es hat die ohnehin schon statischen Hintergründe der Kameraperspektiven einfach einmal richtig fett abgerendert. Und dann sah das halt noch besser aus, weil es natürlich ein statisches Bild war, was einfach nochmal hochskaliert wurde. Die alten Renderbilder haben sie, glaube ich, zum Teil genommen, zum Teil neu aufgebaut. Es gibt ab und zu auch ein paar Szenen, da sieht man, dass sie kein neues Material genommen haben, sondern das alte nur hochgepixelt. Und, ähm, dann hatten sie natürlich mehr Performance, auch, äh, es war ja, glaube ich, der Gamecube dann, noch mehr Performance für die Charaktere. Und plötzlich sahen die Charaktere mega krass aus. Und das war, ähm, echt eine interessante Entwicklung, weil man, äh, quasi sich nur auf die Optik konzentriert hat und gleichzeitig das Spiel aber ganz behutsam ein bisschen weiterentwickelt hat. Vieles ist gleich geblieben, äh, man sieht die Kameraschnitte sind gleich geblieben, die Story ist mehr oder weniger gleich geblieben. Es sind schon noch ein paar neue Sachen dazugekommen. Unter anderem auch storyrelevant. Äh, Lisa Trevor ist, glaube ich, heißt die so? Ja, ist eines der neu hinzugekommenen, ich nenn's mal Kreaturen, aber eigentlich ist es eine ganz arme, gepeinigte Seele. Diese Türanimationen sind auch da geblieben, obwohl man die auch schon hätte sparen können wahrscheinlich. Ähm, und, ja, ich weiß jetzt nicht genau, äh, ob die Items hier auch schon woanders waren oder ob das für eine spätere Version gemacht wurde, aber es ist einfach immer noch ein geiles Spiel. Und ja, genau, da hast du völlig recht, Fanzocker, das war damals das erste richtige Remastered aus dem Resident Evil-Universum. Es ist ja mittlerweile, äh, hundertmal alles schon remastered worden und auch der erste, ah, da kam ich nicht raus, ne, ähm, und auch der erste Teil hat mittlerweile ganz viele verschiedene Varianten. Da war noch das Original, dann war das deutsche Original, was verändert war, dann war der Directors Cut, ähm, dann gab's den Directors Cut dann auch nochmal in Deutsch mit, äh, schwarz-weiß-Intro, und, äh, weil das Farb-Intro zu brutal war, ähm, dann, äh, gab es diese Version, dann gab's davon immer auch wieder neue Versionen. Jetzt haben wir ja, glaube ich, wo sind wir denn? Wo sind wir denn mittlerweile? Resident Evil 1, die wievielte Version? Ich weiß es nicht mehr, ich hab's aufgegeben, nachzuzählen. Aber es gab kein richtiges Remake, so wie der zweite oder dritte oder jetzt auch der vierte Teil. Das ist korrekt. Also, wir warten immer noch darauf, dass jemand den ersten Teil nochmal komplett neu macht. Das wird sicher auch noch kommen. Aber ich bin froh, dass sie sich jetzt nicht die ganze Zeit nur in diesem Haus aufhalten. Okay, genug gelabert, fast schon zu viel gelabert für dieses Spiel. Es ist aber ein tolles Spiel. Heute muss ich auch ein bisschen Abzüge machen. Ich würde ihm am liebsten einen neuen geben. Aber ich glaube, ich bleib bei einer Acht. Das ist schon gut genug. Muss man ehrlich sagen, es ist schon gut genug. So, jetzt kommen wir aber zu einem absoluten Klassiker, den auch jeder kennt, der sich entweder für Star Wars oder für Spiele damals interessiert. Und ich weiß auch, dass wir Jedi Outcast oder Wars Academy, ich bin mir gerade nicht sicher, eins von diesen beiden Jedi Shooter spielen, hatte einen sehr, sehr schönen Multiplayer-Modus, wo man eben auch mit dem Lichtschwert sich duellieren konnte. Das war immer mega chaotisch. Da war immer ein riesen Gewusel. Ganz viele Leute mit Schwertern, die aufeinander rumherwuselten. Dann die Force Jumps und all das. Also stellt es euch einfach vor wie ein riesiges Gewusel. Aber damals gab es noch nicht so viele Multiplayer-Spiele. Und da war das schon echt was Besonderes, wenn man in diesem Star Wars-Universum sich plötzlich duellieren konnte und sogar Machtkräfte hatte und all das. Was aber am meisten Spaß gemacht hat, meiner Ansicht nach, war eben das typische Ballern durch die üblichen Gänge eigentlich. Genau das, was man wollte. Du wolltest diese Sci-Fi-Star-Wars-Gänge mit den Lampen, Lichtern, in Gang, in den Türen und vor allen Dingen den Original-Sounds. Ja, also ich weiß noch, damals waren alle mega begeistert und es war eine 10 von 10. Heute fällt es mir schwer, da mehr zu geben als eine 8 von 10. Nein, es ist schwierig. Ich würde es gar nicht unbedingt immer so rechtfertigen damit, dass es heute natürlich andere Spiele gibt. Aber ich kann dem Spiel auch schwer eine 10 von 10 geben, nur weil ich es damals so empfunden habe. Dann müsste ich Resident Evil eine 10 von 10 geben und all den anderen Titeln wahrscheinlich auch. Und jeder hat irgendein Spiel in dieser Liste rechts, wo ihr sagt, das war aber für mich der absolute Killer. Also ich würde sagen, und da stimme ich dir auch zu, du machst es ganz gut, Lorian F. 10 ohne Star Wars Brille 8. Deswegen finde ich auch, kann man hier auf jeden Fall die 8 rausrücken und damit auch die Star Wars Brille abziehen. Und jetzt kommen wir zu Kingdom Hearts, Gregor Karzios' Lieblingsspiel. Und ich muss zugeben, dass ich das nie verstanden habe, die Faszination des Spiels. Reveal Trailer, was ist hier irgendwo auch da? Gameplay, komm, nehmen wir das. Danke Matze, wir nehmen an der Stelle einfach mal dein Material. Ich mache dich aber trotzdem leise. Ja, das Besondere an Kingdom Hearts ist ja, wie alle wissen, diese Zusammenkunft von allen möglichen Franchises. Also du hast hier ein Goofy, aber auch irgendwelche Final Fantasy Charaktere. Und jetzt ist in den neuesten ist dann auch noch das Star Wars Universum mit drin. Ich habe mich da so nie wirklich gesehen. Das war für mich immer die absolute Überforderung, was Suspension of Disbelief angeht, was dieses Videogame-eske angeht. Dass man zwar sagt, okay, es ist ein Spiel, aber es muss in seiner Welt irgendwie schlüssig sein. Das hat mich schon mal abgeturnt. Dann bin ich überhaupt kein Rollenspiel, vor allen Dingen kein JRPG-Spieler. Ich finde die alle nicht schlecht von der Ferne betrachtet. Aber ich möchte nicht unbedingt meine 100 Stunden immer da reinstecken, weil man dann auch kaum Zeit hat noch für was anderes. Aber mir fällt es schwer, da jetzt irgendeine Wertung zu geben, weil ich es halt nur immer gesehen habe und nie gespielt habe. Was sagt ihr denn? Als Kind habe ich Kingdom Hearts 1 geliebt. Da war dieser Franchise-Gedanke echt noch neu. Das stimmt, das war damals extrem unik, dass man sowas macht. Völlig überbewertete Reihe, schreibt Poly Mechanical. Bestes Spiel ever, schreibt Chronic Life. Ihr seht also, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Gregor hasst es ja bekanntermaßen. Aber ich glaube, dass die Reihe nicht ohne Grund schon 4 oder 5 Teile mittlerweile hat. Da ist schon irgendwo auch eine Kerngenialität verborgen, der sich nur mir noch nicht gezeigt hat. Das ist so das Ding, 5 von 10. Das ist so, ich überlege gerade, soll ich überhaupt was bewerten oder ist eine 5 von 10 fast schon negativ? Eine 6 von 10. Also, ich glaube, ich mache mal eine 6 von 10. Wenn ihr sagt, dass das unfair ist, dann würde ich auch die Bewertung rausnehmen. Aber ich glaube, dann wird es noch ein bisschen kniffliger. Weil wenn nur die Leute, die es gespielt haben, aus der Reihe der Leute, die eine Wahl haben, das bewerten, dann ist es eigentlich nur Gregor. Und der gibt dem Ganzen eine 1 von 10. Okay, ich bleibe mal bei der 6 von 10, aber mir ist bewusst, dass ich da eventuell ein bisschen zu übertrieben reagiere. Dass das ein bisschen zu groß ist. Ah, so kann man es auch machen. Apropos zu groß. Machen wir es doch so. Okay, das war Kingdom Hearts. Dann haben wir eine Sache, die kennt ihr natürlich alle. Wir haben ja gerade erst die Elder Scrolls Online Session hinter uns. Das war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Oh, nee, den Speedrun machen wir besser nicht. Das ist ja Quatsch. Und Morrowind lese ich gerade, kommt mit neuer Grafik zurück. Nee, ist vor zwei Jahren. Ach, ist schon passiert vor zwei Jahren. Okay, komm. Jetzt nehmen wir aber das Alte, das Original. Hier, hier irgendwo Level 1, Level 100. Morrowind Soundtrack. Mann, ich will doch einfach nur was Altes. Ich mache mal Classic, gebe ich noch ein. Soweit ist es schon. Das Morrowind ist ja bekannt. Skyrim und Morrowind sind ja auf so vielen Konsolen erschienen, dass es keine Plattform gibt, wo es nicht mindestens einen Morrowind gibt. So. Und ich habe auch immer wieder erzählt, was mir sehr gefallen hat im Morrowind, sind, ist das Worldbuilding. Ich fand die Welt immer total geil. Das Reisen mit diesen großen Käfern, wo ich jetzt erst gehört habe, dass denen quasi der Kopf ausgehöhlt wurde und dann jemand da sitzt und die Nervenstränge bedient. Und das ist genau die Art von Worldbuilding, die ich mir für so ein Spiel wünsche. Das hat schon bei früheren Spielen funktioniert, dass mir das einfach nur durch einen Text in der Anleitung oder so erklärt wurde, wie diese Welt funktioniert. Und dann habe ich das auch aufgenommen. Also ich bin da ganz offen für und dann ist das so ein Teil der Fantasy-Welt und ist eigentlich ja nur eine Optik, die dafür ist, um zu reisen. Aber für mich war das so, wow, okay, geil. Diese Viecher reiten hier rum in dieser Welt. Das hat es mir direkt viel größer gemacht. Aber an sich ist die Welt natürlich auch sehr, sehr groß für damalige Verhältnisse. Aber wie ihr seht, auch sehr, sehr gemagnehässlich. Also der Nebel erinnert doch sehr an die N64-Zeiten. Natürlich kann man sich das jetzt hochperken und alles und kann alles Mögliche ins Spiel reinhauen und die Texturen verbessern. Oder ja, dann sehen Leute, Mann, der Zauberer hatte aber einen Sixpack, Alter. Was geht denn ab hier? Alter, guckt ihr den an? Also da ist irgendwas ganz massiv schiefgelaufen. Erstmal hat er diese Tarzan-Unterhose an. Und dann hat er aber diesen Sixpack. Aber dann geht es einmal so nach außen. Als hätte er lange nichts gegessen, aber die Muskeln sind geblieben. Dann geht es einmal nach außen und da ist dann quasi das Gerippe. Ganz komisch. Ganz komischer Zauberer. Der hat sich auf jeden Fall mit der dunklen Seite angefreundet. Okay, jetzt fällt es mir super schwer. Für mich wäre es ein 7 von 10, weil es ist ein geiler Titel. Er hat viel ermöglicht. Ob man ihn heute noch so spielen kann. Das ist schwer. Vielleicht, wenn man den Nostalgie-Faktor berechnet, dann ist es auch noch heute spielbar und man findet es toll. Aber wenn ich es jetzt neu anfangen würde, würde es mir schon sehr schwer fallen. Aber dafür würde ich es wahrscheinlich heute dann mit der neuen Version spielen. Da muss man sagen, gut, immerhin gibt es eine. Die sollte man vielleicht dann... Es gibt zum Beispiel von Medal of Honor, A Light Assault gibt es keine neue Version. Und natürlich ist das hier eine Konsolen-Version. Das ist die Xbox-Fassung. Die PC sieht natürlich ein bisschen besser aus. Ich glaube, ich bleibe bei einer 7, einfach nur, weil es wirklich in meinem Herzen doch einen Platz hat. Auch wenn ich es damals nie so gespielt habe, sondern immer und immer wieder irgendwelche Mods vorgestellt habe im Mod-Bereich bei Gigagames. Oder bei den Leuten, die über die Schulter geguckt haben, wenn sie es gespielt haben im PC-Bereich oder Konsolen-Bereich. Also, 7 von 10 finde ich hier völlig gerechtfertigt. Man könnte sicher auch eine 6 geben, aber auch eine 8. Es hängt wirklich davon ab, wie sehr ihr das gespielt habt. Okay. Neverwinter Nights. Das ist ein Titel, den kenne sogar ich noch, obwohl das nichts ist, was ich spielen würde. Hier ist die Enhanced Edition. Ich mache mal Classic nochmal, dass wir auf jeden Fall nochmal die alten Versionen von 2002 sehen. Ach, das ist das Erste, ne? Das ist ja interessant, da will ich kurz mal reinblicken. Das habe ich nie gesehen. Das gibt also schon sehr, sehr lange Neverwinter Nights. Und das ist das AOL? Lief das über AOL oder was? Das ist ja krass. Okay, das ist wirklich für mich auch neu, die Wurzeln der Spiele dann immer so nah in die Vergangenheit zurückvollziehen zu können. So, das ist jetzt eine Betrachtung von Neverwinter Nights. Hier sieht man dann auch, okay, hier sind die Grafik, ist schon hochgedreht alles und man sieht ganz gut, was passiert. Ja, es ist diese isometrische Sicht. Mir hat immer sehr gefallen, dass es unfassbar viel Dialoge gab, jeder Charakter war richtig so, äh, flashed out, wie man sagt. Jeder Händler hatte gefühlt, äh, auch was zu tun und irgendwie ein Leben und Bedürfnisse. Natürlich, ne, mit heute ist das immer noch, sag ich mal, Standard, aber damals war das wirklich, wirklich neu, weil man sich eben an Rollenspielen orientiert hat, an Pen & Paper und an den Vorlagen von AD&D und so. Also, da gibt's schon, da gibt's ein sehr schönes, ähm, wie heißt das, ein sehr schönen Podcast von Geschichten aus der Geschichte. Da geht's um die Entdeckung, die Entwicklung von Advanced Dungeons & Dragons, die ganzen rechtlichen Geschichten, Streits, Trennungen, Spiele, die darauf basieren. All das wird von, äh, den zwei Moderatoren in diesen Folgen bearbeitet und ich kann euch das sehr empfehlen, das war auch für mich nochmal was Neues, obwohl ich ja das schwarze Auge und so gespielt hab. Ähm, aber es war auch noch für mich was Neues, da geht's auch um Neverwinter Nights und wo das in diesen Kontext reinpasst. Ähm, also da muss ich sagen, da, da, ich hab's zwar auch nicht so lange gespielt wie vielleicht andere, weil ich mag solche isometrischen Hack'n'Slay's eigentlich gar nicht so. Also so ISO-RPGs, Diablo ist ja ein gutes Beispiel, hab ich ja auch, ich weiß, es heißt Diablo, hab ich lange nicht gespielt, hab's jetzt erst in der Gegenteilwoche, äh, für mich entdeckt. Und es hat mir wirklich voll viel Spaß gemacht. Und da fühlte ich mich auch wieder ein bisschen an Neverwinter Nights erinnert. Ich geb dem Ganzen leider auch nur eine 7 von 10, aber ich bin, ähm, emotional bereit, da auch mehr zu geben, weil es einfach, ähm, äh, ich weiß um die Wichtigkeit dieses Titels. Sagen wir's nur so. So, äh, Eternal Darkness ist natürlich ein immer beliebter Klassiker. Warum? Weil der vieles richtig gemacht hat. Und zwar war es ein guter Horrortitel, der einem auf viele unterschiedliche Arten auch Angst einflößen wollte. Es ist jetzt nicht unbedingt der blutigste Titel, wir reden hier ja auch von einem Nintendo-Spiel, aber sie haben's wirklich geschafft, diesen Lovecraftschen Wahnsinn, äh, der die Figuren ja oft heimsucht, gut umzusetzen. Wie haben sie das gemacht? Aus der heutigen Sicht haben sie's ein bisschen, also, sie haben's gut gemacht, aber aus der heutigen Sicht, äh, sieht man sofort, was sie da versuchen. Sie haben nämlich manchmal so einen Volume-Counter eingezeigt, der eben so die Lautstärke des Spieles anzeigt und da haben sie sich ein bisschen an den klassischen amerikanischen Fernsehern orientiert, deswegen hat das in Europa nie so richtig funktioniert und man hat direkt gesehen, okay, das ist jetzt vom Spiel, weil dann links, ich komm jetzt nicht zu irgendeiner Stelle, wo das passiert, ähm, aber die Charaktere wurden halt immer wahnsinniger und dann ist eben links zum Beispiel einfach das Volume runtergedreht worden und du denkst, hä, wer ist denn hier, wer macht denn, wer bedient denn hier meinen Fernseher? Ja, und solche Geschichten hatten sie mehrere. Es gab dann, äh, glaube ich, auch Phantom-Gegner oder man, äh, hatte die Steuerung war anders, also man wurde immer so ein bisschen getrollt, könnte man heute sagen und ich muss wirklich sagen, gerade dadurch, dass man hier was echt Eigenes erschaffen hat, man hat hier nämlich verschiedene Charaktere in verschiedenen Zeiträumen gespielt und hat dadurch überhaupt erst gerafft, wo das Böse herkommt, wie man es bekämpft und was im Kontext dieses ganzen, dieser Jahrhunderte, die man da so durchspielt, passiert ist. Gleichzeitig hatte man eben aber auch ständig neue Charaktere, die hatten andere Waffen, andere Gegner, andere Level, also es war wie, wie ich finde, ein sehr gutes Konzept, um ein Horrorspiel zu entwickeln und spannend zu halten. Also eigentlich haben die alles richtig gemacht. Ähm, wenn überhaupt das einzige, und es ist bis heute ein Titel, wo mir immer wieder Leute sagen, spiel doch mal Eternal Darkness, spiel das doch mal, wo ich immer denke, naja, es ist ganz cool, aber ich, ist das heute noch gruselig, ne, das ist so meine Frage. Wenn das mal geremaked werden würde, halte ich das für einen sehr potenziellen, guten Kandidaten für einen richtigen Burner, für einen richtigen Burner-Horror-Titel, wenn man es eben auch wirklich remasteren würde, ne, Moment, nein, remaken würde, nicht remasteren würde. Okay, aber wie gesagt, es ist, ähm, schönes Ding, ich zeige euch kurz nochmal ein paar andere Settings, dass ihr nochmal seht, äh, ja genau, das war ein anderes Setting, also da sieht man schon, wie die Zeiten auch springen und ich finde, allein für diese Art von, äh, Zusammenstellung, dieser Wahnsinns-Modus, diese vielen verschiedenen, ähm, Zeit-Epochen und Charaktere und auch die Stimmung, die Musik und alles da, noch so ein Mönch, das kann, da, das weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt, ob ich so weit jemals kam, das weiß ich gar nicht, äh, ich finde, dafür hat das Spiel schon was verdient, sowas wie ein Extrapunkt, also ich würde dem Ganzen eine 7 von 10 geben, aber ich finde, es hat dadurch, dass es so viel Neues versucht hat, eine 8 von 10 verdient, ich hoffe, ihr versteht, warum, man kann da auch sagen, eine 7, ne, aber unter eine 7 würde ich nicht gehen, äh, weil es einfach echt viele neue Sachen gemacht hat, das ist so ein typischer Lovecraft-Moment, der Autor in seinem, ähm, in seiner Bibliothek, ne, wie er irgendwelche Spells lernt und dabei verrückt wird, ja, und das noch auf einer Nintendo-Konsole, ein Horrorspiel, ist auch alles total unik, ähm, so, jetzt gehen wir zu Warcraft 3, Reign of Chaos, ähm, das kennt natürlich jetzt jeder, ich allerdings auch wieder nicht, ich hab das nämlich, ähm, hier muss ich gerade gucken, redet hier jetzt jemand, nee, ist nur ein Longplay, ne, ja, ich hab, ich muss sagen, ich war immer StarCraft-Fan, oh, danke Tom Gamer und Schaunio, aber Tom Gamer hat gerade extrem viel, äh, hier reingehauen an Abos, hat euch ein paar Abos geschenkt, danke an dieser Stelle, wirklich, muah, Sahne, danke an alle, so, jetzt haben wir hier Warcraft, warum tue ich mich schwer damit, es ist eines der Titel, die man heute noch spielt, der Florentin spielt es ja immer noch auf seinem Stream, es ist einfach wirklich auch ein ewiger Klassiker, möchte man fast denken, und warum mag ich's nicht, oder warum hab ich's nicht gespielt? Ich kam aus StarCraft, ich war gerade so, ich fand StarCraft war für mich kickass supergeil, du hattest so, du hast diese drei Rassen, alles sah wuchtig und knallig aus, du hattest so ein wirklich übertrieben geniales, ähm, Einheitensystem, wo du die Einheit noch aufleveln konntest, vieles war so neu, du konntest zu zweit, zu dritt dir eine Rasse teilen, einen Hive teilen und dann zusammen an der Basis bauen, die Arbeit aufteilen, einen hat Angriff, der andere Verteidigung gemacht, das war auf so viele Arten so genial, und dann kam Warcraft 3, ich glaub, es kam danach raus, und plötzlich haben die wieder was Neues gemacht, da hatten sie plötzlich diese Helden und dieses MOBA-artige Rumlaufen und erst alles abmetzeln, und alter, ich sag dir, ähm, das hat mich total rausgeworfen, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, mit so einem Typen so rumzulaufen und die ganze Zeit irgendwelche Mobs zu killen, bevor ich dann irgendwie richtig damit spielen kann, ich hab das Spiel natürlich auch nicht gerafft, ich hab's auch nicht versucht, ich fand immer Warcraft 2 irgendwie besser, das hat mir immer mehr Spaß gemacht, weil's eben klassisch Strategie war, hier hatte ich immer Sorge, äh, mit mit dem, ähm, mit der Geschwindigkeit des Aufbaus und dem Spiel an sich, hab mich immer gefragt, was genau soll ich hier eigentlich machen, was wird von mir erwartet, dann kommt noch dazu, dass ich Orks unglaublich dumm finde, ich find, Orks sind eine der langweiligsten Fancy-Wesen, die man sich nur vorstellen kann, ähm, und ich wollte mit denen einfach nicht spielen, ich find die einfach mega dumm, und das ist natürlich mein, das ist natürlich ein Simon-Problem, ne? Aber Warcraft 3, muss man doch sagen, ist ja bis heute immer noch, äh, gespielte Spiele, ne? Da muss man echt, eigentlich, Abstriche machen, was mich angeht, was meine Kritik angeht, und sagen, ne, das ist ein richtig guter Titel, der wird heute noch gespielt, jetzt StarCraft wird zwar auch noch gespielt, aber bei weitem nicht, ähm, mit so einer, ähm, glaube ich, mit so einer Liebe noch, wie, wie die Leute, die ich kenne, die WarCraft spielen, ähm, ich würde dem Ganzen, also, es ist super schwer, ne, also, ich würde ihm eine Acht geben, obwohl ich halt selbst es nie so gesehen hab, aber das ist schon wirklich eine ordentliche Acht, ähm, das ist sogar Potenzial auf eine Neuen, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, ne, ähm, weil ich hab's ja eben nur ein bisschen immer gespielt, ich hab's angespielt, äh, ich hab auch Multiplayer mal versucht, aber ich kam nie rein, also Acht mindestens, ne, sagt ihr auch, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, Apanis, weil du gerade sagst, jetzt StarCraft 2 spielen auch noch viele Leute, das, das ist ja, freut mich ja, ähm, ich hab nur das Gefühl, wenn ich jetzt mal irgendwo gucke, ich sehe Leute wie Florentin WarCraft spielen, andere auch mal wieder, aber ich sehe nahezu niemanden mehr StarCraft spielen, ich glaub, spielt zum Beispiel, ähm, äh, Niklas, äh, äh, Honor, spielt der noch StarCraft 2, der hat doch, glaub ich, aufgehört, oder? Und das meine ich, und der war ganz oben, der war einer der besten StarCraft-Spieler, ähm, irgendwann hast du halt, glaub ich, genug, irgendwann sind alle Schrauben so tight, dass da alles sitzt, packelt, äh, sitzt, wackelt und Luft hat. WarCraft hab ich das Gefühl, kann man irgendwie anders spielen, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber StarCraft 2, sagt ihr auch, ist das meistgespielte ATS, ja genau, Grasciatello, aber ist es das immer noch? Naja, ich weiß es nicht, ich hab leider in diesem Spielejahr einiges verpasst an Spielen, die mir sicher gefallen hätten, wenn ich mich wirklich reingefuchst hätte, muss man dazu sagen, hab ich aber nicht. So, Super Mario Sunshine, da gucken wir auch noch kurz rein, ähm, das haben wir ja mehrfach schon gesehen, unter anderem bei Speedrun-Darle, da hatten wir schon, äh, diverse Speedrunner da, zumindestens einen, ich weiß nicht, ob wir auch schon zwei hatten, aber zumindestens einmal hatten wir es schon da, ähm, das war ja damals, wie immer, ein typischer Nintendo-Titel, wo man denkt, naja, also, was soll schon schlecht sein, es ist ein Nintendo-Titel, es ist mit Mario, das kann doch nur geil sein, und dann kam das Spiel raus und die meisten Leute waren direkt erstmal so ein bisschen so, hm, okay, ich spritze hier mit der Spratze da irgendwie rum, und ich hab direkt am Anfang gemerkt, das Spiel kriegt ein bisschen mehr Kritik ab, als man es eigentlich von einem Mario-Titel erwarten könnte, ich glaube auch, es ist eines der schwächeren Nintendo-Titel oder einer der schwächeren Mario-Titel, wenn man jetzt von der reinen Verkaufszahl losgeht, ich bin mir nicht sicher, vielleicht, ihr könnt die ja mal googeln, aber ich glaube, dass das einer der weniger erfolgreicheren Mario-Titel war, äh, woran könnte das liegen, man kann natürlich nur mutmaßen, es liegt vermutlich auch an dieser ganzen Wassermechanik, die ist vielleicht einfach ein bisschen zu sperrig gewesen für manche Leute, ist interessant zu sehen, dass man heute mit Splatoon und so ja immer noch so ein bisschen auf dieses Einfärben setzt, vielleicht hat es den Leuten auch keinen Spaß gemacht, diese Flecken alle wegzumachen, vielleicht hat es einfach zu wenig vom üblichen Jump'n'Run-Gameplay gehabt, wofür man Nintendo ja mag, aber mir ist durchaus damals schon aufgefallen, dass das nicht so gut weggekommen ist, wie alles andere von Mario und Nintendo, wo man einfach unbesehen gesagt hat, kann man kaufen, jetzt gab es aber auch so Spiele wie Zelda Majora's Mask, wo man sagen kann, das Spiel ist objektiv supergut, aber subjektiv gab es viele Leute, denen das irgendwie nichts gebracht hat, weil es auch was Neues versucht hat, was ja gut ist, aber muss ja nicht immer funktionieren, sie hatten ja diesen, diesen, ich weiß nicht, wie lang dieser Tagesrhythmus ging, aber der Mond kam immer näher, irgendwann hat er die Welt zerstört, Spiel war zu Ende, du fängst von vorne an, das heißt, man hatte immer nur eine gewisse Zeit, ähm, um bis zum Ende alles zu lösen, was man lösen musste und dann hat alles wieder neu gestartet, das war für viele wahrscheinlich auch ein Problem, also einfach, ne, einfach so eine sperrige, so wo die Prinzessin, die Gamer-Prinzessin auf der Erbse trotzdem nicht einpennen kann, weil irgendwie so ein kleines Staubkorn ist, was sie dann einfach nervt, obwohl ich sagen muss, gerade so was die Mechanik mit diesem wegdrücken, das sind doch alles so typische geile Nintendo-Dinger, wo man eigentlich sagt, da haben sie sich eine Waffe ausgesucht, in dem Fall jetzt die Spritze und haben alles damit gemacht, was man machen kann und das muss man denen auch lassen, das machen die dann auch und ich kann irgendwie auch schwer was dagegen sagen, aber es ist mir zu wenig Mario, es ist irgendwie, das könnte jetzt auch ernsthaft, das könnte irgendeine andere Figur sein und niemand würde Mario vermissen, die Leute würden sagen, hat Elemente von Mario, hat aber genug eigenen Shit, um sein eigenes Spiel zu sein, sieben von zehn, so, ne, und irgendwie bin ich auch, bin ich da auch, an dem Punkt bin ich irgendwie auch, ne, also ich bin mir noch nicht sicher, Super Mario Sunshine würde ich sogar nur eine sieben von zehn geben, für einen Mario-Titel ist es ja eigentlich komplett, komplett verriss, ich könnte auch noch weniger geben, aber ich würde sagen, sieben von zehn hätte ich damals gegeben, wenn ich den Mut gehabt hätte, einen Mario-Titel sieben von zehn zu geben, aber das ging damals nicht, da hättest du nur Ärger bekommen, da hätte dich Nintendo nie wieder beliefert und die Fans hätten dich in der Luft zerrissen, also heute kann man das sagen, ich weiß aber auch, dass es für manche vielleicht ein zehn von zehn Titeln ist, aber das gilt ja für fast alle Spiele, die wir heute nennen, denn all diese Spiele sind Klassiker und über jeden Zweifel erhaben, was ihre Qualität angeht, es geht aber um meine persönliche Wertung, deswegen, naja, muss man es halt so machen, ne, also eine sieben von zehn, jetzt kommen wir von der Nintendo Mafia zur Original Mafia in Mafia, Mafia ist, oh okay, da hätte ich vielleicht wirklich noch was anderem suchen sollen, Mann, zeigt mir doch mal was Neues, immer wollen sie mir den neuen Scheiß andrehen, aber das würde ich euch natürlich empfehlen, wenn ihr Bock habt, das Original zu spielen, dann spielt das Remake, ah und da ist es auch, jetzt kann ich dazu eine lustige Geschichte erzählen, wobei ich gar nicht genau weiß, ist es Mafia 1 oder 2, ich weiß nicht welches davon, aber ich habe einen furchtbaren Job gehabt in, also da war ich noch bei Giga und hatte Montag bis Freitag Giga und dann hatte ich einen furchtbaren, furchtbaren, furchtbaren Job, der mir für immer ausgetrieben hat, Moderator sein zu wollen oder generell, der hat mir eigentlich die ganze Lust aufs Fernsehen genommen, wenn ich ganz ehrlich bin, da hatte ich wirklich, das war wirklich der Job, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte diesen Job so nicht machen, das ist nicht meine Zukunft und zwar haben wir dafür Nachtfalke, so eine ganz furchtbare Drecksendung gemacht, ganz furchtbar, absolut schäbige Scheiße, würde ich nie wieder machen wollen, aber naja, mein Manager hat gesagt, mach das, das wird was bringen, dann war ich da, alle meinten, du bist so super und dann war ich da und es war komplett scheiße, ich habe das schon mehrfach erzählt, ich habe die erste Woche direkt gekündigt, weil es so schlimm war und dann war ich da aber noch drei Monate, weil ich halt drei Monate da war, ich habe ja auch durch diesen Job Tinnitus bekommen, den ich bis heute habe, also es war ein einziger Fail für mich, aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass wenn ich dann Freitag nach München geflogen bin, um Samstag und Sonntag da zu arbeiten, habe ich Freitagabend mir eine Playstation mitgenommen und auf so einem kleinen Drecksfernseher in meiner Pension, die sie für mich gebucht hatten, habe ich dann immer Mafia gespielt und habe es tatsächlich auf diese Art auch durchgespielt, also es hat mir richtig viel Spaß gemacht, es ist nicht alles perfekt, gerade so, es ist halt ein typisches Mafia-Spiel, es geht um Zeiten der Prohibition, also man muss viel Alkohol schmuggeln, man muss den Polizisten entkommen, man muss auch mal Leute vermöbeln, damit die wissen, dass du der Boss bist, man muss Rennen fahren und das war auch so eine Sache, die viele Leute genervt hat, dass man, es gab so einen Rennmodus, wo man dann manche Rennen auch selbst fahren musste und natürlich arbeitet man sich in der Mafia-Struktur weiter nach oben. Ja und man könnte auch rumfahren, ach komm Alte, da war, da hast du jetzt aber hier wirklich, das ist jetzt aber übertrieben, da hat die jetzt 10 Meter vorher schon angefangen rumzubrüllen. Ja, es ist wie gesagt ein interessantes Spiel, ich empfehle euch, wenn ihr spielen wollt, die neue Version, die hat natürlich viel fettere Optik und dann macht das Rumfahren auch Spaß, weil man das Gefühl hat, man hat so eine kleine Zeitreise, es ist einfach besser. Jetzt fällt es mir schwer, das Alte zu bewerten, wenn das Neue eigentlich viel optisch besser ist, aber ich glaube eine 7 von 10 ist da durchaus in Ordnung. So, jetzt kommen wir zu was, was ich sicherlich euch nicht erklären muss, aber wo ihr sicherlich auch sagen werdet, nein Simon, da hast du jetzt aber, oh, das ist es, da hast du jetzt aber einfach mal Quatsch erzählt, so gut ist es nicht. Ich finde Battlefield 42 war ein echter 10 von 10 Titeln. Danke Full Bird Viking. Battlefield 1942 war das Beste, was man machen konnte. Ich kann euch gar nicht sagen, allein in Wake Island, die erste Demo-Map, habe ich 100 Stunden verbracht. Naja, vielleicht nicht 50, aber dann kam ja das finale Spiel und da habe ich so viel Zeit verbracht. Ich weiß noch, als ich noch zu Hause war, also als ich meine Eltern ab und zu besucht habe zu Hause, mein Vater, da habe ich dann gepennt, der hatte keinen guten Gaming-Rechner, der hatte nur so einen richtig, so einen, ich sage, so einen ganz krüppeligen, äh, alten Drecksrechner. Ich weiß gar nicht, warum er den hatte, einfach nur um irgendwas angucken und drucken zu können und natürlich für seine Pornos. Ähm, und ich habe dann da an ihm vorbei, weil er wollte das nicht, war mir aber egal, ähm, habe ich an ihm vorbei Battlefield installiert und dann habe ich immer abends da gesessen, äh, mit Kopfhörern, irgendwann ab 2 Uhr, schön noch einen gebarzt und dann um 2 Uhr bis 5 Uhr morgens, ähm, Battlefield 42 gespielt, wenn ich mal zu Hause war, weil ich ja nicht genug gespielt habe, wenn ich vom Gigat nach Hause kam oder von meinem Job als Spielredakteur oder dann später, ne, bei Rocket Beats. Also es ist echt lächerlich, man denkt, man hat genug gespielt und dann will man doch irgendwie zocken und ich habe das einfach die ganze Zeit gespielt. Es war das allerbeste Leben und da lasse ich nichts drauf kommen. Wenn ich eine Zeitreise hätte, dann bitte in die Zeit, wo Battlefield 1942 immer noch gespielt wurde, dann findet ihr Simon Kretschmer auf Stalingrad und dann bin ich da immer und immer wieder in dem einen Haus, hole die Flagge, spring durchs Fenster, werfe Granaten in die Fenster, alle fliegen raus, ich spring wieder rein, verstecke mich unter den Leichen, andere kommen, laufen dann mir vorbei, ich ballere ihnen in den Rücken, ich war der absolute Super-Skeits-Killer in der Stalingrad-Map. Aber mir hat generell alles gefallen. Wir haben die Windwakers hier, ähm, wir haben die Windwakers hier, sag ich mal, erfunden, das finden wir hier aber nicht. Windwalkers, Entschuldigung. Naja, das findet man hier nicht, ne? Ne, wir haben, ähm, das findet man nur auf unserem USB-Stick, ähm, da haben wir, weil wir die Musik auch rausnehmen mussten, haben wir es hingepackt, ähm, ja, leider nicht. Wir haben einen, einen Stunt-Crew haben wir damals erfunden, äh, bei Giga Games und zwar hießen die die Wingwalkers, nicht Wind, Wingwalker und, ähm, hatten wir auch ein Logo und ich hab dann, äh, wirklich auch so ein, ähm, so ein Schiff, äh, also nicht ein Schiff, ich hab ein Skin gebaut für einen Flieger. Ich komm gleich zum nächsten Spiel. Keine Sorge, Peti Fluff. Aber ich muss das kurz nochmal erzählen. Und dann sind wir, haben wir da immer solche Stunt-Moves gemacht auf diesen Flugzeugen, hier solche Geschichten, ne? Flying on a Wing und so. Haben dazu Mucke gemacht und das dann geschnitten. Das war mega geil. Wir hatten so einen Spaß dabei, einfach nur solche Stunts auszuprobieren. Genau. Und dann der Jeep und das C4 und einer ist immer in die Luft geflogen. Es war das allerbeste. Deswegen lass ich auf dieses Spiel nichts kommen. Mir doch egal, was die anderen sagen. Zehn Punkte. Zehn fette Punkte vom Bubazmon. Okay. So. No one lives forever 2. Das Problem hier ist, dass ich den ersten absolut gefeiert hab. Den zweiten hab ich nicht so häufig gespielt. Ich hab den aber auch beim PC-Bereich natürlich die ganze Zeit immer gesehen, wenn er da gespielt wurde. Und man muss sagen, dass No one lives forever ein absolut brillantes Spiel ist. Ich verstehe bis heute nicht, warum No one lives forever nicht häufiger, da sind wir glaube ich im Schatten, ne? Ja. Das ist nämlich allein das. Plötzlich kann man im Schatten sein, in einem Ego-Shooter. Das war neu. Es gab hier aber auch ganz viele coole Perks für den, oder für die, für Hauptfigur. Denn es war ja eine Frau. Und, äh, hier sehen wir glaube ich irgendwas. Und, ähm, natürlich gab's auch die üblichen, ne? Nebenmissionen, die man noch machen konnte. Aber in Wirklichkeit war's halt einfach ein Stealth-Shooter, in dem man fast schon auf spaßige Art seine Gadgets einsetzen konnte. Es war aber auch einfach ein ganz normaler, ein geradliniger Shooter mit einer guten, okayen KI, kann man sagen, ähm, wo man halt wirklich je nach Mission sich auch anders verhalten musste. Es hatten auch einen schönen Multiplayer gehabt, aber was mir immer am meisten gefallen hat, war, die, äh, waren die Cutscenes, war die Story, waren die Charaktere. Es hat sich immer sehr an Austin Powers orientiert, was ja irgendwie logisch ist. Ist ja ein bisschen dasselbe Setting. Und hatte dann auch immer, ähm, ja, da sehen wir so allein die Waffen, ne? Es gibt also, ne, die Zeichen zeigen ja schon so, ah, ist lustig, wobei das einfach nur zwei Granaten sind. Dann gab's hier diese Katze, oder so. Ich glaub, es ist ne Katze. Ich weiß noch gar nicht, was sie gemacht hat. Ob sie explodiert ist, ob sie Säure hatte, ob sie irgendwie Leute abgelenkt hat, man weiß es nicht. Aber was über jeden Zweifel haben ist, sind die Zwischensequenzen und die Cutscenes der Charaktere, viel Humor. Es war, es war auf seine Art perfekt. Also, ich sag mal so, ich habe No More Lives Forever 1 mehr in Erinnerung, aber ich weiß, dass 2 genauso gut war und viele Neuerungen eingebracht hat. Deswegen gebe ich dem ganzen Mal aus meiner Erinnerung heraus ne 8. Ich glaube, man könnte auch ne 9 geben, aber dazu müsste ich noch mehr Fanboy gewesen sein. So, war das im Index? Ja, das kann sein, dass das auch im Index war, ne? Dann konnte man das nämlich erst, also wir haben's dann spielen können, aber dann war's irgendwann aus dem Index, dann war's vorbei, dann konnte man's auch nicht mehr kaufen. Vielleicht lag's auch daran, ich weiß es nicht. Aber es hatte eben diese GoldenEye-Modus, es sah einfach irgendwie so aus wie das, was man immer nochmal spielen wollte. Es sieht echt aus wie GoldenEye, oder? Aber es gibt eben auch hier, seht ihr ja, viele andere Settings in den Maps. Ach, also ich kann's auf jeden Fall empfehlen, es kriegt von mir ne 8. So, Burnout 2, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, denn das habe ich damals gespielt, ähm, auf der, ja, ich glaube, es war die Playstation, genau, PS2-Gameplay. Ja, machen wir das. Und das Interessante war, Burnout 1 war, oh, jetzt sind wir schon im, in diesem Modus, nee, erstmal normales Rennen, bitte. Ähm, Burnout 1 war ein schnelles, Need-for-Speed-artiges Action-Retracer ohne all diese Spökes. Es war sehr, es war nicht realistisch, aber es hat sich realistisch angefühlt. Das Tolle war, dass man, wenn man in diesem Modus war, dass man super schnell wurde, weil man auch an Leuten vorbeigefahren ist, ne, dann hat man dafür schon, äh, immer Perks bekommen und, also Perks nicht, sondern Energie und konnte die in Boosts einsetzen. Das war so das Main, Main-Gameplay, könnte man sagen, von Burnout 1. Und es hat aber sich sehr, sehr echt angefühlt, wenn man dann zum Beispiel wo reingecrasht ist, dann ist das mit einem Mal so zack und dann hast du einen Seitenshot gesehen, wie das Ding so zerbröselte und du hast richtig gemerkt, wie sehr man im Vorfeld schon die Kontrolle verloren hatte, dass es überhaupt zu diesem Unfall kommen konnte. Und Burnout hat das super gut vermittelt, dieses Geschwindigkeitsgefühl mit dem anschließenden, mit der anschließenden Totalverschrottung des eigenen Autos. Und 2 ist dann zum ersten Mal so ein bisschen, hat darauf noch einen draufgelegt und ist so ein bisschen in diese Richtung, wo können wir noch mehr, ähm, noch mehr Geschwindigkeitsboosts rausholen, für welche Fahrten. Ich bin mir nicht sicher, ab wann das angefangen hat, aber auf der Gegenfahrbahn fahren, nah an Leuten vorbeifahren, springen, in die Kurve rutschen, all das hat dann plötzlich Energie bekommen und damit konnte man noch schneller fahren. Und, und das ist eigentlich das Krasse an dem Spiel, das ist nämlich das, was alle lieben, den Crash-Mode. In Crash-Mode ging es nur darum, möglichst viel Schaden zu verursachen. Man hat hier eine kurze Strecke und dann crasht man irgendwo rein. Das war jetzt nicht so gut. Sieht, der macht ja gar keinen Schaden, ne, aber dadurch, dass eben die Autos, die man gecrashed hat, auch ineinander gecrashed sind, konnte man ein paar, ähm, Auffahrunfälle verursachen und das gab natürlich viele Möglichkeiten, das auszureizen bis zum Ende. Da gab es am Ende Leute, die hatten sehr, sehr viel Geld, ähm, sehr, sehr viel Schaden gemacht mit, mit Aktionen, wo man gar nicht drauf gekommen wäre, dass man da hoch kann oder das irgendwo runterschubsen muss auf die Kreuzung. Also die Level waren auch cool designed. Und das wurde ja zu einer immer größer werdenden Geschichte. Burnout war irgendwann nur noch der Crash-Modus plus X. Und das ist aber auch cool, also weil das war auch wirklich ein uniker Modus. Nichts hat sich damals so angefühlt und hat so ausgesehen und hat so viel Spaß gemacht. Ähm, das ist genau so ein Tanker, mit dem ich mich beinahe umgebracht hätte. Na, bam, Junge. Als wir nach Binz gefahren sind. Ich mit meinem silbernen kleinen VW-Golf, Automatik, schimmelnde Tür. Naja, das waren Zeiten, ne? Okay. Also, richtig schönes Ding. Einmal gucken wir es noch an. Hier, so ein Crash, gucken wir es noch an. Und wie gesagt, diese Crashers waren immer schon das Besondere an Burnout. Es hat dann aber irgendwann, dieser Crash-Modus hat so die Lorbeeren übernommen und der Rest war einfach nur noch ein sehr schnelles, cooles, actiongeladenes Rennspiel. Aber es wurde nie wieder so pseudo-realistisch wie beim ersten. Was ja auch interessant ist, weil das erste Need for Speed war auch noch sehr realistisch, könnte man sagen. Vor allen Dingen, wenn man es mit den späteren Teilen vergleicht. Da merkt man schon, okay, wir gehen dahin, wo der Pfeffer wächst und wir meinen damit die Pfeffersäcke und damit meine ich die fucking Kohle. So, sowas gibt es heute gar nicht mehr richtig, ne? Ja, kann man auch sagen. Okay, was gebe ich dem Ganzen? Also, ich gebe ihm eine 7, aber eine gute 7, weil hier zum ersten Mal der Crash-Modus eingeführt wurde. Und ja, ich glaube, ein späterer Teil würde vielleicht sogar noch eine 8 kriegen, aber das ist ja nun mal der zweite Teil. So, jetzt kommen wir zu etwas, was viele von euch feiern werden und mich hassen werden, wenn ich dem jetzt nicht die volle Punktzahl gebe. Und zwar TimeSplitters. TimeSplitters hat vor allen Dingen zwei sehr, sehr bekannte Elemente. Es hat eine sehr interessante Story, in der man in der Zeit reist und sich durch die Zeit ballerst. Es hatte auch, wie man vielleicht hier ein bisschen sehen kann, na, wobei, sieht jetzt nicht so aus, aber es war sehr lustig. Es war auch sehr humorvoll. Und neben diesem Singleplayer-Modus hatte es was, was vielen Leuten sehr gefallen hat, und zwar einen Multiplayer-Modus im Screen. Und das waren immer die wichtigen Sachen. Die haben die Verkäufe zwar nicht angekurbelt, weil man nur eins für vier Spieler brauchte, aber sie haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass diese Spiele über Jahre gespielt wurden. Halo 1, TimeSplitters 2. Das war jedes Mal die große Diskussion, was spielen wir? Halo oder TimeSplitters? Also es ist so, ich hatte bei mir so eine Ecke an Freunden, die wollten immer TimeSplitters spielen, weil sie halt kein Halo da hatten. Und ich habe das mitgebracht, aber die hatten dann, die waren halt nicht so gut. Und dadurch hatten die irgendwann keinen Bock mehr. Und TimeSplitters hatten sie aber eine Konsole und dadurch wollten sie die ganze Zeit TimeSplitters spielen. Ihr kennt diese Probleme. Und so haben wir halt immer so hin und her, mal das eine, mal das andere, mal nach einer Stunde haben die einen gemeckert und dann wollten die anderen wieder was anderes spielen. Und so ging es die ganze Zeit weiter. Also der Multiplayer-Modus ist sehr, sehr gelungen. Hier sieht man es, man orientiert sich in dem Fall jetzt so ein bisschen an Alien. Also es sind wirklich, ja oder, ja, nee, eigentlich schon Aliens. Sieht aus wie Alien, aber waren halt Zombies jetzt. Jedenfalls, man springt durch die Zeit und hat wirklich immer unterschiedliche lustige Level und Situationen und eine Menge Waffen, die auch, sag ich mal, lustig waren und kreativ, vor allen Dingen aber im Multiplayer-Modus richtig reingezimmert haben. Da hat es am meisten Bock gemacht, finde ich. TimeSplitters ist übrigens, wie man hier an der Bewegung der Waffe tatsächlich schon sieht, ist auch vom Team, die GoldenEye gemacht haben. Das war damals natürlich das Verkaufsargument. Das ist von den Leuten, die das beste Shooter-Game aller Zeiten gemacht haben. Sieht man auch wunderbar hier am, ja, ey, es sieht wirklich exakt so aus wie GoldenEye zum Teil. Naja, also, es gab richtig gute Modi, den Zombie-Modus, es gab so viele Sachen. Dem Spiel muss man eigentlich eine 9 geben. Ups. Auch wenn ich sagen muss, mir fällt es schwer, weil ich hätte ihm eigentlich eine 8 gegeben, aber eine 9 ist, weil ich weiß, dass es für viele so viel bedeutet, ist nur fair, finde ich. So, dann haben wir Contra, Shattered Soldier. Da haben wir damals, oder die haben damals versucht, Contra in 3D, Moment, ja, Contra in 3D weiterzuentwickeln. Da, ne, das ist es. Das ist jetzt aber die, ha, ja, ist das die richtige Version oder ist die jetzt auch nur verbessert? Komm, nehmen wir das hier mal. Hier haben wir noch ein bisschen die Playstation-Optik auch. Genau, es sieht schon ein bisschen weniger scharf aus. Ähm, ja, Contra braucht man nicht viel zu sagen, ne. Ihr kennt es hier als Pro-Protector, Super-Pro-Protector mit, äh, Androiden oder Robotern oder wer immer man sie nennen will, Maschinen statt Menschen. Das war hier indiziert oder wäre indiziert, also das Original ist indiziert, das andere wäre indiziert worden, wenn es Menschen gehabt hätte. Deswegen sind es bei uns Roboter. Hier war das dann aber, glaube ich, egal. Und vor allen Dingen konnte Contra eine Sache immer gut, und zwar waren das die Wechsel zwischen verschiedenen jeweils immer sehr spaßigen, ähm, ja, so Gameplay-Segmenten, die sich sehr unterschieden haben. Jetzt gerade haben wir gesehen, wir sind rumgefahren, ähm, das war auf jeden Fall so ein klassisches Contra-Ding. Das hier ebenso mit dem Flammenwerfer, ähm, Flatter-Männer abfackeln, während man mit einer Hand, getting over it-Style, über die Schienen kraxelt. Das ist wirklich fast, das könnte direkt aus dem Original sein, so sieht's aus. Das ist natürlich auch in dem Fall bewusst so, dass man so ein bisschen diese Member-Barries hat, genau wie das hier auch aussieht, wie der erste Boss aus Super-Pro-Protector. Also, es ist nicht schlecht. Was es meiner Ansicht nach nicht hingekriegt hat, ist dieses Feeling, dieses schnelle, actiongeladene, spaßige, sehr gut zu steuernde Feeling auch umzusetzen in 3D. Da bewegt sich alles ein bisschen zu bräsig, ein bisschen zu langwierig und auch langweilig. Und irgendwie kriegt es für mich nicht so dieses richtige Feeling hin. Danke, demonic fox. Ja, es sieht ja ganz nett aus, ne? Aber man merkt irgendwie schon, dass so dieses, dieser Wechsel zu 3D, außer dass man hier nochmal ein bisschen Fanservice gegeben hat. Warum haben sie hier dann noch überhaupt die Tasche? Sollte es so eine Alibi-Tasche sein, wie die Leute denken, naja, ich gucke ja nicht, ich gucke nicht, ich gucke, ne, auf die Tee-Asche. Ich gucke nicht auf den Arsch, ich gucke auf, was sie in der Tasche hat. Also, ich gucke, was sie in der Kiste hat, die sie da hinten hat am Rücken. Ja, hier sind also, wie gesagt, jede Menge Zwischensequenzen, die meiner Ansicht nach nicht lustig genug sind, um sie sich anzugucken und auch nicht cool genug, um sie sich anzugucken. Also, irgendwie kann man das eigentlich meiner Ansicht nach überspringen. Die Action-Einlagen waren halt irgendwie cool, aber sie haben nicht so hundertprozentig funktioniert. Es könnte auch jedes andere Spiel sein, wenn man jetzt mal von diesen identischen Leveln absieht. Können halt auch alles mögliche andere sein können. Aber, ne, also manches ist auch gut gealtert. Aber ich würde sagen, Dustin kriegt von mir wohlwollend eine 6 von 10. Eher eine 5. Eigentlich ist es eher ein Teil für eine 5, wenn ich ehrlich bin. Ach, vielleicht geben wir auch einfach mal eine 5. Ne, komm, ist es schon okay. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Titel, der begeistert hat. Da weiß ich auch noch, wir waren, mach's das. Wir waren bei, da, ne, nehmen wir das. Ne, hier, Full Walkthrough in 4K. Ne, das ist, ich will schon, ich will schon das Original. Wir waren bei, na, muss ich halt das nehmen. Ja, nehm ich halt das. Wir waren bei Giga und da war ein Marketing-Mensch, ein PR-Mensch, hat das Spiel mitgebracht, hat den ganzen Tag auf der Konsole gelauert, gesessen und dafür gesorgt, oh nee, jetzt verwechsel ich das, ne, das war GTA 3. Das ist ja bei City, aber erzähle ich die Geschichte zu GTA 3. Die ganze Zeit aufgepasst, dass niemand an die Konsole kommt, niemand das Spiel ohne seine Erlaubnis sozusagen spielt oder aus der Konsole rausnimmt. Die hatten natürlich mega Angst, dass das irgendwie geklaut wird, kopiert wird, dass irgendwie, ne, dass wir einen Döhler abziehen. Äh, ist dann auch nicht passiert. Ähm, und es war, also GTA 3 war damals so, dass die PCler da gesessen haben und zu den Konsoleros geguckt haben und gedacht haben, Alter, wie geil ist das denn, was die da haben? Wie kriege ich denn so ein cooles, so einen coolen Genre-Mix hin für meinen PC? Und da gab es sowas noch nicht. Und das war einfach echt unfassbar. Und Vice City hat dem Ganzen dann, meiner Ansicht nach, die Krone aufgesetzt. Es ist, wie ihr alle wisst natürlich, mehr oder weniger die Story von Scarface, das Setting von Scarface. Inhalte aus vielen und anderen Gangster-Filmen, die man so mag und kennt aus der Zeit, orientiert sich natürlich sehr an, an dem typischen Story-Verlauf, den man auch von GTA kennt. Wir sind ein kleiner Dödel, werden von allen immer nur belächelt und wollen aber eigentlich nur nach oben. Ganz nach oben, da ist uns auch alles egal, da töten wir alle, die im Weg sind. Später wurden die Charaktere von GTA ja auch ein bisschen mehrschichtiger, vielschichtiger. Die hatten dann auch sowas wie eine Motivation, warum sie überhaupt nach oben wollen. Oder manche Mal wollten sie es auch gar nicht, sondern hatten eine ganz andere Motivation und wurden reingesaugt in diese Welle aus Gewalt und Kriminalität, aus der man dann irgendwann sich nicht mehr entkommen kann. Aber Vice City ist über jeden Zweifel erhaben, die Stadt sah fantastisch aus damals. Natürlich sieht es heute ein bisschen blöd aus. Natürlich lacht man sich da ein bisschen kaputt, wenn da die Lego-Klötze aufploppen. Aber sagen wir doch mal ehrlich, wir haben das alle genossen. Es gab damals und es gibt wahrscheinlich bis heute keinen besseren Soundtrack zu einem Videospiel als den Vice City Soundtrack. Den kannst du dir nicht mal auf Twitch anhören, ohne dass du geclaimt wirst, weil einfach alles Klassiker sind. Dann, das Spiel selbst war natürlich klassisches GTA. Man konnte Missionen außerhalb des Autos, man konnte mit dem Auto viel rumfahren. Die Zwischensequenzen waren lustig, charismatisch, gut geschrieben. Es war einfach schon damals alles dabei, was man für ein geiles GTA braucht. Dazu muss man sagen, das ist ja auch schon das vierte GTA in der Reihe. Also die hatten da auch schon einige Expertise. Natürlich aus der 3D-Sicht hatten sie vorher nur einen Versuch. Aber GTA 1 und 2 hatten ja auch schon nicht unwesentlich viel Missionen und Talks und Größe. Aber natürlich war das hier alles völlig plötzlich ganz anders. An den kann ich mich auch noch erinnern. Man, 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 der dumme Pimmel. Der hat uns die ganze Zeit nur neue Probleme gemacht. Ständig aggro, ständig Probleme. Und wir dürfen sie immer lösen. Und ich weiß gar nicht, wie es am Ende ging. Dürften wir ihn umbringen? Ich weiß es nicht. Aber das war so klassisch. Einfach damals auch das sich umgucken. Und dann hast du überall die typischen California People rumlaufen sehen. Die man so mit Miami auch in Verbindung bringt. Oder Moment, ist Vice City? Ist doch Miami, ne? Vice City ist Miami. Und ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mit Budi mal in Miami war. Und wir dann auch rumgefahren sind und auch diverse Ecken gedacht haben, wiedererkannt zu haben. Gerade so hier am Wasser gibt es einige Ecken, wenn dann die Boulevards sind und so. Die man schon so ein bisschen wiedererkennt. Aber es ist natürlich eine freie Interpretation. So, ich werde ja nicht bezahlt, das Spiel jetzt hier komplett zu rezitieren. Aber ich muss sagen, das ist schon einer der Titel, mit denen ich am meisten schöne Erinnerungen habe. Hatte auch sehr lange, bevor ich es dann irgendwann verkauft habe. Diese Vice City Soundtrack Edition, die wahrscheinlich jeder Zweite auch. aus der Special Edition kennt und bei sich hatte. Wo man dann alle Radiosender, allein die Radiosender, wie geil war das? Also, ohne Scheiß, unfassbar gut. Ist Vice City nicht im Begriff gerade, geremaked zu werden? Ne, es wurde geremaked und alle haben es gehasst. Okay. Aber eigentlich hat es ein gutes Remake verdient, finde ich. Wobei, das war ja nur ein Remaster mit AI und hat nicht gut funktioniert. Aber es kriegt von mir eine fette 10. Ja, so bin ich drauf. So gebe ich Punkte. So, jetzt kommen wir zu Age of Mythology. Ein Spiel, das ihr heute gar nicht mehr so häufig hört. Was wahrscheinlich auch daran liegt, Moment, gerade mal gucken. Dass es ein bisschen untergegangen ist. Wenn es damals besser funktioniert hätte, hätte man es wahrscheinlich heute immer noch in den größeren Reihen, würde man es immer noch spielen. Da, wo eben solche Spiele gespielt werden. Ich suche mal gerade irgendwas, wo man wirklich nur das Spiel sieht. Oh ne, der erklärt nur, wie man startet. Naja, vielleicht ist das Problem auch, dass es schwer zu starten ist. Age of Mythology 2 kommt wahrscheinlich bald dann. So, da ist es. Ah, okay, hier sehen wir was. Danke, Zade. Ja, an sich ist es ein ganz normales, naja, Age of Empires AOE. Das habe ich ja gerade vor kurzem von Mare ein bisschen beigebracht bekommen. Das Einzige, was sich hier wirklich ändert, sind natürlich wie immer die Einheiten, die Settings und ein paar Fähigkeiten, also Features für den Bauer. Aber ansonsten ist es halt wirklich das, was man kennt. Ja, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß, dass es cool ist. Ich weiß aber nicht, was jetzt so besonders war an Age of Mythology oder was so schlecht war, dass es heute keiner mehr spielt. Ich muss mal gerade in den Chat gucken, was ihr so sagt. Age of Mythology spielen wir heute noch auf LAN. War das auch das RTS, wo man auch in die Third Person eines Heldencharakters wechseln konnte? Ich glaube, du meinst, also sagen wir es mal so, ich kenne Dungeon Master, nee, Dungeon Keeper natürlich, von Bullfrog. Eins der ganz großen Peter Molyneux-Spiele, wo man in Horny den, oder auch in andere, aber vor allen Dingen ist man in Horny gegangen, diesen Teufel, der da rumläuft und alle irgendwie verprügeln kann und ist dann so in seinem Dungeon rumgelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch ging. Es ist natürlich cool, wenn man das so sieht, hier so ein großer Eisogar und dann greifst du da mit deinen Einheiten an. Es kann sein, vielleicht war das Balancing für den Multiplayer nicht so gut oder so, ich weiß es nicht. Nein, ihr sagt selbst, der Multiplayer war super, super geil, Story war geil, muss man mögen. Also es gibt die Leute, die es kennen, die fanden es auch gut. Da tue ich mich jetzt echt schwer. Ich gebe eine Acht, das wäre so das, was ich gefühlt gegeben hätte. Aber ich habe es halt damals nicht so häufig gespielt. Ich habe es halt viel gesehen und habe Age of Empires nie so richtig verstanden. Also nicht verstanden, aber ich meine, ich habe es nie wirklich im Multiplayer gespielt. Ich habe nie wirklich das Micromanaging rausgekriegt und so, was ich ja jetzt erst durch Mara gelernt habe. Was muss man eigentlich machen und so. Aber ich muss sagen, wenn ich das so sehe, finde ich das super interessant. Da kann man schon eine Sieben oder eine Acht geben. Ich lasse mal eine Acht. Ja genau, oder wir machen das so, weil ich hier wirklich unsicher bin. Stimmt ihr jetzt einfach mal ab. Genau, wir machen mal eine Abstimmung. Das ist eine sehr gute Idee von euch. So, Age of Mythology. Zehn, neun, acht, sieben oder sechs. So, ihr dürft eine Minute lang voten und dann nehmen wir das, was ihr entschieden habt. Denn man muss schon sagen, da sollten wirklich lieber die Leute was zu sagen, die halt echte Erinnerungen daran haben. Empire Earth hat mich mehr gecatcht, schreibt Killer Mango. Ja, Empire Earth habe ich auch sehr gerne gespielt. Es gab eh so, es gab diese Zeit, da kam auch KKND und wirklich, da kam ein Echtzeitstrategie nach dem anderen raus. Alle wollten den Commanden Conquer Throne, alle wollten wie StarCraft sein, alle wollten wie WarCraft sein, Age of Empires. Also es gab so viele Spiele, die es gut gemacht haben, dass alle versucht haben, dem nachzueifern. Und es gab eine goldene Zeit der RTS-Spiele und da erinnere ich mich auch noch gerne an viele. Ich habe sogar auch einige, obwohl ich sie gespielt habe, schon wieder vergessen, wie sie hießen. Dark Reign, kann ich mich noch erinnern, Dark Reign hat damals angegeben damit, dass sie die komplexesten Befehle haben. Du konntest wirklich deinen Leuten komplett komplexe Befehle, sowas wie Wachmodus und dann eine Patrouille angeben, Dinge, die heute normal sind. Du konntest, da war noch irgendwas ganz Neues, du konntest auch erst dahinlaufen, dann das einsammeln, dann angreifen, dann abhauen. Also du konntest das sehr komplex programmieren. Da kann ich mich noch erinnern an Dark Reign, KKND ist natürlich Crush, Kill & Destroy. Ob das heute eine 10 von 10 ist, wie du gerade schreibst, lieber Pandora Resolution, ich weiß es nicht. Muss man mal abwarten. So, der Vote ist entschieden und es haben 31% für eine 9 und 30% für eine 8 gevotet. Also da habt ihr ganz knapp, habt ihr die 9 nach Hause geholt hier. Und damit wollen wir es jetzt auch lassen, weil so viel kann ich ja leider gar nicht dazu sagen, außer halt das, was ich noch erinnere. Ratchet & Clank ist jetzt am Start. Und da muss ich auch wieder sagen, ich habe das gespielt, aber vor allen Dingen hat es gespielt, weil es lustig war und weil man es eben immer gerne mal bei, es war ein sehr dankbares Spiel für Giga, weil man, ja, man sieht direkt irgendwie, was passiert. Im ersten, wir hatten immer so drei Takes, im ersten Take hast du halt vielleicht das Intro gezeigt oder irgendeine lustige Zwischensequenz. Und dann hast du so ein bisschen die zwei, drei Level gezeigt, die man da am Anfang freispielen kann und schon hatte man als Zuschauer genug gesehen. Was mir immer gefallen hat, war eben dieses Buddy-Komödien-Hafte, was später mehr ausgebaut wurde, dass die beiden halt Ratchet & Clank, dass die halt irgendwie halt sich so ständig Sprüche drücken, dass die irgendwie lustige Dialoge haben. Ich könnte hier gar nicht mehr genaue Situationen nennen, aber ich habe es als lustig und für so ein Spiel eigentlich gar nicht nötig empfunden, weil bei so Jump'n'Runs, da geht es ja fast eher eigentlich um die Frage. Wir haben den Level an sich, aber die haben sich wirklich Mühe gegeben, diese Charaktere lebensecht zu machen und so einen kleinen Cartoon daraus zu entwickeln, was sie ja immer weiter nach vorn gebracht haben, bis sie eben jetzt mit dem neuesten Teil Rift Apart so wirklich eigentlich einen spielbaren Pixar-Film hergestellt haben. Also muss man auch, Jack & Dexter und Ratchet & Clank waren so zwei Reihen, die bei Sony lagen, wo man immer wieder einen neuen Teil bekommen hat und eigentlich nie was auszusetzen hatte. Ihr sagt jetzt solide sieben, das meine ich nämlich auch. Das ist immer besser geworden, muss ich zugeben, es wird alles immer besser, aber damals für das erste würde ich auch sagen, eine sieben ist doch voll souverän. Oder eine sieben, man könnte auch eine acht geben, aber weil ich jetzt im Chat auch ein, zwei Leute sehe, die sagen sechs, würde ich sagen, einigen wir uns auf sieben. Es ist kein Titel, an den ich noch so mega die Erinnerung habe, aber wenn man das so sieht, doch, das hat schon Spaß gemacht. Hier wird gerade jetzt Clank zusammengebaut. Also sie hatten schöne Ideen, schöne Level-Ideen, lustige Zwischensequenzen, geile Gesichtsanimationen. Allein dafür muss man die sieben Punkte schon geben und ich gebe nur deswegen sieben, weil die anderen Teile immer besser wurden und man irgendwann an einem Punkt ankommt, wo man halt bei einer Zehn von Zehn ist. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Reihe, die kann ich euch sehr, sehr empfehlen, ans Herz legen. Okay, Metroid Prime, jetzt kommen wir echt zu zwei Problemfällen für mich. Haben wir erstmal Metroid Prime. Also, brauchen wir natürlich nicht viel zu sagen, jeder kennt Metroid, jeder kennt Samus Aran. Ich habe auch sehr, sehr viele Stunden in Metroid Prime verbracht. Das war für die, oh Gott, für den Cube, oder? Das war quasi das erste First-Person-Metroid für den Cube und es hatte ein paar sehr, sehr schöne Ideen, die aber das Spiel eigentlich nicht unbedingt schneller oder besser, sondern auch ein bisschen komplizierter und kantiger gemacht haben. Nämlich, dass man viel scannen konnte und auch musste. Ich mache gerade ein bisschen Musik an. Also, man hat natürlich, wie immer, es ist ein Metroidvania, das heißt, also nicht umsonst, vom Namen kommt es ja her, also man hat immer neue Fähigkeiten bekommen und musste dann mit diesen Fähigkeiten neue Räume freischalten, musste auch mal zurück und dann hinten nochmal irgendeine Wand aufschießen oder durch irgendein Loch, wo man vorher nicht rein konnte, weil man eben seine Fähigkeiten, Samus Aran ist offenbar sehr schlecht dabei, sich Sachen mal zu behalten. Und die hat auch schon mal keine Handtasche oder so, da wird immer alles verloren. Die einmal passiert was, so fops, alle meine Fähigkeiten sind weg und die muss ich wieder alle neu holen. So war das auch hier. Nach dem ersten Tutorial haben wir alle Fähigkeiten verloren, mussten die uns neu holen. Was wichtig war, was man gerne vergessen hat, war, man konnte alles scannen. Es gab zu allem irgendwelche Scan-Infos. Und teilweise waren diese Scan-Infos auch wichtig. Also wenn man das nicht gemacht hat, sind einem wirklich grundlegende Dinge entgangen. Vor allen Dingen hat man auch Teile der Story nicht ganz gerafft, habe ich mir sagen lassen, weil ich das nicht immer gemacht habe. Aber was haben sie richtig gut gemacht? Sie haben diesen Helm, diese Samus-Sicht ganz fantastisch umgesetzt. Das ist so typisch Nintendo, also beim Nintendo-Spiel kriegst du dann alles auf oberste Qualität gedreht. Wenn die sich überlegen, wie machen wir so eine Helm-Sicht, dann sieht das auch gut aus, dann funktioniert das. Und dann ist das auch unterschnitten mit solchen 2,5D Morph-Ball-Level-Abschnitten. Und dann geht man wieder in die Ego-Sicht und hat wieder diesen Rahmen und der bewegt sich auch so schön. Also man hatte auch das Gefühl, ich bin wirklich im Helm. Das war wirklich ein tolles Feeling. Ist heute natürlich auch nichts so wirklich Besonderes mehr. Aber hei, 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 was hat das damals viel so ausgelöst in der Vorstellung, dass man das mal so gesehen hat. Das wie gesagt, heute kann man sich das gar nicht vorstellen, dass das mal neu war, dass man so ein HUD hatte. Aber es war eine richtig schöne Idee. Ich muss sagen, es hat mich auch immer ein bisschen genervt. Ich wollte es immer gerne abschalten, aber es war auch nicht unwichtig. Gerade weil hier links die Fähigkeiten eingeblendet wurden und rechts. Also es war schon, um die Orientierung nicht zu verlieren, schon ganz gut. Orientierung ist ein gutes Stichwort, denn es gab natürlich auch sehr, sehr verworrene Wege und viele unterschiedliche Länder immer abgetrennt. Also Länder, nicht aber Klimazonen immer abgetrennt von diesen großen Türen. Und ich fand es immer sehr schwer, sich da zurechtzufinden. Das kann sein, dass andere das nicht so empfinden. Für mich war es immer so, oh ja, hier kann man jetzt die Mechanik damit bedienen. Das waren immer so die typischen kleinen Rätsel, quasi eine andere Form eines Hebels. Und ich habe mich immer sehr schwer getan, auf der Karte mich zurechtzufinden. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo vielleicht eine Karte sieht mal. Das hier vielleicht eine Karte. Nee, das ist jetzt ein anderer Modus. Da seht ihr aber auch, dass man manchmal wirklich gar nichts gesehen hat. Aber das war auch schon cool. Aber hier oben rechts sehen wir die Karte jetzt. Es ist okay, viele finden sie gut. Und mich erinnert sie an die Karte von Descent, wo ich auch nie meine Orientierung wiedergefunden habe. Einmal verloren, nie wieder gewonnen. Ja, und es ist einfach ein geiles Spiel. Ich brauche jetzt gar nicht das Spiel komplett zu reviewen. Ihr kennt es alle. Es ist der Klassiker, auf dem viele heutige Metroid-Teile irgendwie auch immer noch aufbauen, wenn sie aus so einer Perspektive bestehen. Und insgesamt hat es der Reihe, finde ich, am meisten Dimensionen gegeben. Weil es einfach wirklich was grundlegend Neues war. Und man eben aus der Ego-Perspektive Samus ganz anders wahrgenommen hat, als aus dieser Seiten-Perspektive, die es ja auch weiterhin gibt. Wo man auch sagen kann, die war auch geil. Will ich gar nicht abstreiten. Das ist nicht meine Diskussion heute, was davon besser ist. Aber ihr habt ja gesehen, bei anderen Spielen, viele haben es in 3D nicht hingekriegt. Die haben es hingekriegt. Diesen Sprung zu 3D. Okay, also Metroid Prime. Was kriegt es von mir? Boah, ich bin zwischen einer 8 und einer 9. Es war ziemlich gut, ziemlich legendär. Hat viel gestartet, viel neu gemacht. Ich tue mich trotzdem schwer, mehr als eine 8 zu geben. Sagt mal Bescheid, ob ihr es ganz anders seht. Punktabzug für die Steuerung. Könnte man sagen, ja, die Steuerung war dadurch, dass man natürlich das N64 hier, nicht N64, sondern das Cube-Pad hatte. Stellt es euch vor, das hat diesen kleinen gelben Kamerastick, dann die Buttons. Das war schon okay für vieles. Hier hatte man aber die Steuerung natürlich auf diesen Controller angepasst. Und ich finde, dass es sich irgendwie nicht so wunderbar gesteuert hat, wie man es von einem Ego-Shooter erwartet hat, selbst zu dieser Zeit. Ganz viele Leute sagen 9, 9, 10 von 10, 8. Zwei Leute sagen auch 7. Bonuspunkt für das geile HUD. Komm, wir machen nochmal eine Abstimmung. Ich selbst tue mich echt schwer. Hier jetzt eine klare neue Abstimmung. Hier ist klar, was anzugeben. Moment. So, ich habe sogar nur bis 7, weil alles andere wäre ja ein Witz. 6 darf man hierfür nicht geben. Das wird verboten. So, damit könnt ihr jetzt voten nochmal. Wie viele Punkte soll es haben? 7, 8, 9 oder 10? Im Moment führt 8. Gucken wir mal, wie es gleich landet. Ah, du konntest nicht zielen und laufen. Ja, das ist so der, genau. Das war der Punkt, den ich noch so halb erinnert hatte, dass es eben sich so ein bisschen sperrig auch angefühlt hat. Was gut war, war. Das war auch interessant, dass man einen Gegner anvisieren konnte. Und dann hatte man den angelockt und konnte in 3D um ihn rumlaufen und eben hatte ihn immer in der Mitte. Das war schon eine gute Idee. Das hat auch viel ausgemacht. Aber es war halt eigentlich eine Bringschuld, weil sie eben keine normale Ego-Shooter-Steuerung hatten, irgendwas anderes zu machen, was dann das Spielen doch wieder flüssiger macht. Also es war einfach auf diesen Controller angepasst, das ganze Spiel. Und deswegen ist es jetzt auch so gealtert, dass man eigentlich sagt, man muss es eigentlich auch mit dem Controller von damals spielen und, und, und. Und, naja, es war halt unkonventionell, aber das war typisch Nintendo oder ist typisch Nintendo. Und das ist auch gut so. Dafür wollen wir Nintendo haben. Ne, muss man auch sagen. So. Also ich lasse auf das Spiel nichts kommen, auch wenn es nicht mein Lieblingstitel der damaligen Zeit war. Okay, 40% haben gesagt eine Acht. Insofern kann ich meine Acht also lassen. Das ist doch gar nicht schlecht. Die Metroid-Fans unter euch werden nochmal eine Chance kriegen. Oh, ganz kurz, die ein, zwei Leute, die jetzt reingekommen sind, weil sie meinen ESO-Text gelesen haben. Es tut mir leid, ESO war schon, ESO war leider gestern. War gestern? War das gestern? Schon wieder so lange her? Ja, Elder Scrolls Online war leider schon. Heute habe ich kurz einmal den falschen Text rausgejagt und habe das jetzt schon wieder geändert. Heute spielen wir Starship Troopers und gucken uns eine Liste an mit Spielen aus dem Spieljahre 2002, um für die Rocket Beans-Meisterschaft, welches ist das beste Spiel 2002, gewidmet zu sein, gewappnet zu sein. Ich soll also hier meine Wertung abgeben und das wird dann am Ende zusammengebaut mit 15 anderen Wertungen und dann haben wir den ultimativen Countdown. Kann ich euch sehr empfehlen. Spielejahr 2002 kommt demnächst bei Rocket Beans. So, Metroid Fusion. Das kenne ich jetzt aber sowas von überhaupt nicht. Da muss ich echt sagen, ich habe keinen Überblick. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es vielleicht mal in Speed Rondale gesehen. Ich hatte einen GBA, aber habe keinen Metroid darauf gespielt, weil ich auch auf dem Super Nintendo schon keinen Metroid gespielt habe, weil ich... Ich weiß auch nicht. Ich habe auch keinen Mega Man gespielt und so. Irgendwie haben mich diese... Ja, das hat ja... Hier ist es ja Metroidvania, aber bei Mega Man ja eigentlich nicht. Aber ich habe mich nie so richtig anfreunden können mit diesen 2D-Shootern, wo man immer alles aufleveln musste. Ich weiß aber auch nicht, warum. Es gab einfach so viel Kram, dass ich manche Sachen einfach nicht gespielt habe. Aber wenn ich das dann heute so sehe, denke ich mir, nee, das ist doch eigentlich perfekt für dich. Es ist gruselig. Es ist Sci-Fi. Es sind Monster. Es sind riesige Gehirntentakel-Quallenwesen als Antagonisten. What's not to like? Aber damals hat mich das einfach nicht angemacht. Ich weiß aber auch nicht, warum. Hat auch nichts damit zu tun, dass es eine Frau war. Das wusste ich... Na gut, das wusste man doch recht früh. Aber ich weiß nicht, ob ich es damals schon wusste. Jedenfalls hat es mich einfach nie angefixt. Weiß ich auch nicht. Kann ich nichts zu sagen. Naja, also da werde ich auch wieder eine Abstimmung von euch vorziehen. Neue Abstimmung. Metroid Fusion. Okay, ich habe jetzt auch hier, denn es ist auf jeden Fall ein guter Titel. Der hat keine Schwächen, keine größeren. Dann habe ich jetzt auch wieder nur bis 7 euch die Möglichkeit gegeben. Wir wollen es ja jetzt auch nicht übertreiben. Und jetzt könnt ihr eine Minute abstimmen. Bisher ist die 7 tatsächlich noch ganz... Oh, hätte ich vielleicht doch die 6 auch noch anbieten sollen. So, danke an Shishlock für dein Abo. Wir sind hier fast durch. Es sind nur noch ein paar Spiele, deren Bewertung aussteht. Ja, und ich kann nicht viel mehr sagen zu dem GBA-Metroid leider. Ich habe, wie gesagt, gerne ein GBA gehabt. Aber irgendwie ist das Spiel dann doch wie der sprichwörtliche Kelch an mir vorbeigegangen. Es ist vielleicht, ich glaube, also ich weiß eine Sache. Ich mochte nie, nie Backtracking. Ich war immer ein großer Hater von Backtracking. Ich finde nichts schlimmer, auch bei Resident Evil, wenn du dann plötzlich nochmal zurückkommst ins Herrenhaus. Ich denke, nee, Alter. Nur wegen den drei Türen, fuck you. Ich habe einen Raketenwerfer, ich schieße dir die Tür auf. Ich scheiße dir die Tür auf, wenn es sein muss. Aber ja, dann komme ich halt nochmal zurück, gehe nochmal da durch. Das fand ich, ich fand Backtracking hat mich schon immer genervt. In allen Spielen schon immer und jederzeit. Und ich weiß natürlich, dass es hier kein Backtracking ist, sondern einfach Teil des Spieldesigns, dass man nochmal zurückgeht. Und ich hatte das nie so richtig angefixt. So, oh je, jetzt kann ich ja in dieses eine Loch rein. Was mich dann eher genervt hat, war, oh man, jetzt muss ich nochmal zurück, wo wir dieses scheiß Loch finden. Das sind so meine Gedanken dazu. Okay, Metroid Fusion hat von euch 69% für 7 bekommen. Das heißt, 7 ist jetzt auch, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich das Falsche. 8 für Prime und 7 für Fusion. Wahrscheinlich hätte ich auch eine 7 oder eine 6 gegeben. aus mangelnder Erfahrung einfach nur. So, Tom Clancy's Splinter Cell. Das kennen vielleicht auch nicht mehr so viele Leute, wobei man sagen muss, dass das ja schon ein Klassiker ist. Auch eine richtig klassische Reihe, die sogar damals zu einem, ah, okay, das ist jetzt aber HD. Naja, es ist okay, weil es lief ja auch für den PC. Da kann man ja HD einstellen. Ach nee, das ist viel zu kurz. Entschuldigung. Moment. Full Game Walkthrough 1. Splinter Cell hat zu einem Brüderkrieg zwischen Konsolenfreunden und PClern gesorgt. Warum sagt ihr, Splinter Cell kam doch für Konsole und PC? Weil, und das ist elementar wichtig, Metal Gear Solid natürlich exklusiv war für die Playstation. Und dann kam ja Metal Gear Solid 1, also das war nicht der Erste, aber der Erste für die Playstation. Und alle so, wow, okay, geil, das ist ja schon cool. Und dann kam Metal Gear Solid 2. Und ich glaube, als Metal Gear Solid 2 rauskam, gab es aber auch schon Splinter Cell 1. Vielleicht irre ich mich da. Nagelt mich nicht drauf fest. Und dann begann der Bruderkrieg. Und ich weiß das, weil wir Ede und Hannes im PC-Bereich hatten. Und bei den Konsoleros, wir waren und natürlich große Fans von Splinter Cell immer waren. Aber eben primär Metal Gear eher als unsere Reihe empfunden haben. Weil Splinter Cell, die haben es ja mit allen gemacht. Das war ja eine System-Bitch. Die haben sich ja überall, wie Morrowind, überall drauf installiert, was nicht bei 5, ähm, ja, was nicht bei 5 auf dem Bau, äh, deinstalliert war. So. Und, was mir aber sehr gefallen hat an Splinter Cell, mir hat immer Metal Gear Solid von der Story und von der Dramaturgie und von dem Japanischen aus viel mehr gefallen. Weil da gab es einen riesigen Killer-Mack. Aber hier hatten die das bessere Gameplay. Okay, da bleibe ich bis heute. Splinter Cell hatte besseres Gameplay, zumindest am Anfang als Metal Gear. Metal Gear war immer wie so ein kleines Pac-Man. Das ist ja der klassische Gag, den man über Metal Gear sagt, dass man spielen kann wie Pac-Man, wenn man den Radar beobachtet. Und das stimmt auch. Splinter Cell ging eben mehr um dieses, ja, Licht- und Schatten-Prinzip herum. Hier sieht man es jetzt, er ist komplett im Schatten. Hier könnte ihn jetzt keiner sehen. Aber, das hat dazu geführt, dass man das Spiel fast immer nur im Nachtmodus gespielt hat. Das macht er jetzt nicht. Aber ja, da ist er. Das ist der Modus, in dem ihr Splinter Cell zu, naja, 90% gespielt habt. Denn ihr habt natürlich immer überall die Lampen ausgemacht. Und dann war es eben dunkel. Dann habt ihr euch auch nicht mehr gesehen. Man hatte natürlich zum Glück vorne drei, hinten eine Lampe, damit man so ein bisschen die Figur sieht. Aber, seien wir doch mal ehrlich, jeder hat in diesem Modus gespielt. Und dann wurde das Spiel, finde ich, halt auch zu einfach und auch ein bisschen banal, weil man halt immer wieder dasselbe gemacht hat. Immer die Lichter aus, von hinten ran und in den Kopf schießen oder irgendwas in der Art erwürgen. So, später gab es dann bei den Splinter Cells auch noch richtig geile Moves und den geilen Multiplayer-Modus. So ein asymmetrischer Multiplayer-Modus. Und einer war der, zwei waren die Einbrecher, zwei waren die Soldaten, die verteidigen. Beiden hatten eine ganz spezielle, bis hin zur Kamerasicht, ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Features, Waffen. Richtig geil. Richtig geiler Modus damals. Aber der Singleplayer, der war jedoch sehr generisch. Auch die Missionen war alles sehr generisch. Halt so ein typischer PC-Titel. Sehr gut gemacht, gute Ideen, schöne Grafik. Aber hat es die Liebe gehabt eines Metal Gears? Ich sage nein. Und deswegen hat es immer wieder... Oh, danke für Nils Böhmhoff-Raid. Nilsis, die Böhmhoffs sind hier. Fühlt euch von mir begrüßt. Wir gucken gerade uns die Liste des Spielejahres 2002 an und wollen vor allen Dingen rausfinden, was waren die besten Spiele im Spielejahr 2002. Denn wir haben bald den großen Rocket Beans-Spielejahr-Zusammen-Clash. Über das Jahr 2002 haben wir schon zu mehreren Zeiten gemacht, zu mehreren Jahren. Ich glaube 2000, 2001 haben wir schon hinter uns. Und jetzt kommt 2002. Da war ich bei Giga und habe natürlich jeden Tag Spiele gesehen, jeden Tag auch welche gespielt. Und da wir jeden Tag gesendet haben, habe ich so ziemlich jedes Spiel auch gesehen mindestens oder auch gespielt. Weil man natürlich froh war über Material. Weil alte Spiele haben wir da nicht gemacht. Wir haben immer nur neuen Shit gemacht oder Classics. Und ja, das war auch so ein richtig schönes Beispiel, warum mir Splinter Cell gut gefallen hat. Das Transportieren und Weglegen der Betäubten oder der Getöteten. Das war auch sehr wichtig. Es war natürlich auch bei Metal Gear Solid wichtig. Aber hier war einfach irgendwie, hier hatte man mehr das Gefühl, hier ist so Geheimagenten-Style. Es gab so Gadgets wie diesen kleinen Schlauch, die Schlauchkamera unter der Tür durch, dass du siehst, ob hinter der Tür jemand steht. Das sind einfach Dinge, die hatte Metal Gear, wenn, dann nur für bestimmte Situationen oder auch nur sehr klobig zu steuern. Also das war einfach in gewisser Hinsicht das bessere Stealth-Spiel. Aber Metal Gear ist einfach das bessere Spiel meiner Ansicht nach. Aber da kann man sich, beides auf hohem Niveau. Also, danke LilaBlue90 für dein Abo. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier zu geben. Jetzt können mal die Leute, die sich gerade beschweren über meinen Morrowind, meine 7 von 10 zu Morrowind, können wir gerne nochmal eine weitere Abstimmung machen. Denn ich persönlich habe schon eine Meinung, wie ich zu Splinter Cell stehe. Und ich würde, ich will euch nicht beeinflussen. Aber jetzt möchte ich mal ohne Beeinflussung von mir vorher, von euch wissen, was ihr davon haltet. Wir fangen wie immer 10, 9, 8, 7, nehme ich jetzt auch mal mit und 6, nur damit ihr sicher seid. Mehr habe ich nicht. Also, was wäre eure Wertung? Eine Minute habt ihr Zeit. Und ich bin sehr gespannt. Das Spiel selbst hat mir, jetzt kann ich es ja sagen, richtig gut gefallen. Es wurde natürlich immer besser. Gerade der Teil, in dem dann auch zum ersten Mal der Multiplayer-Modus eingeführt wurde, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe die auch alle privat durchgespielt. Ich habe die alle gespielt. Ich glaube, auf der Xbox hatte ich die. Alle immer durchgerockt, weil es halt dann doch so, es war methodisch, aber dadurch halt auch sicher. Du wusstest immer, wenn ich jetzt bestimmte Sachen in einer bestimmten Reihenfolge mache, kann ich die immer von hinten erledigen, ohne erwischt zu werden. So, genau. Du sagst genau das, Recruiter, was ich meine. Also, du sagst es anders, als ich es gesagt habe, aber du sagst im Grunde, das, was ich meine. Als Spiel würde ich auch sagen, dass Splinter Cell viel besser ist. Das stimmt, das bessere Gameplay. Aber Metal Gear Solid hat die bessere Story. Für mich auch die besseren Figuren, die Dramaturgie. Da passiert einfach mehr. Metal Gear Solid ist einfach Kick-Ass, Alter. Und Splinter Cell ist halt so, niemand hat ihn kommen sehen und dann waren sie alle tot. Und das ist auch okay. Und das ist aber jedes Mal, jede Mission, jede Story ist immer genau das. Also, da gibt es jetzt keine wirklichen grundlegenden Überraschungen innerhalb der Reihe. Ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja, er wird auch einmal, wird er fälschlich, wie in Mission Impossible, wird er, wie heißt es, also von seinen eigenen Leuten verfolgt und dann darf er keinen töten und so. Es gibt ab und zu mal solche Restriktionen, aber das ist wirklich wenig. Okay, also, ihr habt gesagt, neun. 40% sagen, eine neun für Splinter Cell. Das wird euch freuen. Aber ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich eine acht, maximal eine acht gegeben. Aber dafür sind wir hier und deswegen, so, jetzt kommen wir zu einem Meme-Spiel. Das kann ja eigentlich nur ein zehn kriegen. Aber ich bitte euch trotzdem, wenn ich euch jetzt gleich voten lasse, denn das ist auch ein Spiel, wo ich mich enthalten will, weil ich es wirklich überhaupt gar nicht gespielt habe. Also, ich habe Gothic nie, auch nur eine Sekunde lang gespielt. Ich habe es bei anderen gesehen, im PC-Bereich, aber ich habe es eben nicht gespielt. Da möchte ich, dass ihr nicht jetzt aus Meme-Qualität eine zehn gebt, nur weil ihr denkt, ne, lustig, sondern, dass ihr vielleicht wirklich überlegt, ihr könnt aber jetzt abstimmen, wie gut ist dieses Spiel wirklich? Also, was wäre es denn damals? Ich weiß, dass Gothic super viele schöne, ah, guck mal hier, ne, no, bei der Nacht ist Raben zu. Ah, ne, Gothic 2, doch genau, wir spielen auch Gothic 2. Ich kann halt wenig zum Spiel sagen, außer, dass es lustig war und viel, ah, ich mache das mal leise. Und irgendwie halt, ich weiß nicht, kam aus deutschen Landen, hat sich an Rollenspielen orientiert, hat das auch gut gemacht, wie immer. Deutsche nehmen das dann noch ein bisschen ernster, so, diesen Rollenspiel-Aspekt und machen sich da echt Gedanken. Ich kenne es aber halt echt nur durch die Speedruns, ich kenne es durch, äh, Gothic, durch unsere eigenen Gothic-Sendungen. Ich kann wirklich nichts dazu sagen, es ist total lustig. Ähm, so, ihr könnt aber jetzt voten und ihr habt bisher 10. Ha, das ist auch lustig, weil 6 sagen 28%, aber 49% sagen 10. Da sehen wir also einen ganz klaren Unterschied zwischen den Leuten, die sagen, das ist das beste Spiel und andere Leute, die sagen, was, Gothic, was? Okay, geben wir ihm eine 10. Das ist aber definitiv nicht meine Wertung, da hätte ich wahrscheinlich eine 8 oder so gegeben, weil ich glaube, das ist es auch wert. Ich glaube, es ist keine 6 wert, aber es ist vielleicht auch nur für die Leute eine 10, die das heute noch spielen und damals aber auch schon gespielt haben. Okay, damit kommen wir zu einem Titel, der mir sehr, sehr gut gefällt. Das sage ich schon mal, ich bin großer Verfechter und ich werde es immer wieder verfechten und dafür kämpfen, dass das Spiel ernst genommen wird. Ah, komm, nehmen wir Gnu, ne? Das war auch nicht schlecht, auch gut, haben wir die ganzen Leute heute hier. Gerade mit all den Leuten habe ich gerade Witch-It gespielt, könnt ihr euch demnächst angucken bei Hennos und Sterzix-Kanal. Wind Waker, ein klassisches Zelda mit der, ja, ich will nicht sagen neuen Idee, aber durchaus, es ist halt eine Idee, die im Zelda-Universum neu war, dass man mit dem Boot auf andere Inseln kommen kann. Warum hat Age of Mythology einen neuen? Das kann ich dir sagen, weil das auch die Community gevotet hat, deswegen. Und ich bin ja, wie ihr wisst, ein großer Fan von Wasser. Und deswegen gefällt mir sowas natürlich wahnsinnig gut, mit so einem Boot durch die Inseln zu fahren. Mir hat es sogar Bock gemacht, danach, mit der Erde, danach musste man über das Wasser fahren und dann, wenn es vibriert hat, konnte man so einen Anker setzen und eine Angel und konnte dann was heben. Das war irgendwie auch wichtig, da musste man Teile zusammensuchen. Es gab natürlich so diese klassischen Musizier-Zauber, nenne ich sie mal, die dann auch für bestimmte Features, die Link hatte, wichtig waren. Die klassischen Sachen, ganz klassische Sachen hier. Ich kenne sogar noch dieses Rätsel, lustigerweise. Genau das kenne ich sogar noch. Also, Dungeons, Dörfer, doofe Leute, die einem nicht helfen wollen, es sei denn, man gibt ihnen auch irgendwas. Der Enterhaken war natürlich mit dabei. Also, es war, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Zelda. Ein paar Leute haben sich darüber aufgeregt, dass es diese Inselgeschichte gibt. Viele haben gesagt, naja, immer nach dem Wind richten. Also, man muss den Wind mit der Musik quasi in eine Richtung bewegen und dann kann man mit dem Schiff in diese Richtung fahren. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr groß, weitläufig. Man fährt häufig mit dem Boot einfach nur übers Wasser. Und das finde ich aber toll. Genau das sind so die Elemente, die ich haben will. Regen, Blitze, Wolken, eine gefährliche Überfahrt. Link in seiner kleinen Schaluppe. Weiß nicht, wie ihm geschieht. Wird zum Held außer Korn. Obwohl er doch eigentlich noch nicht mal volljährig ist. Das ist der Shit, weshalb ich Zelda spiele. Und ich fand's toll. Hat mir richtig Bock gemacht. Ich frage mal euch, aber nur, um eure Meinung zu wissen. Nicht, um diese Meinung zu übernehmen. Ich will nur mal wissen, wie mein Chat das sieht. Aber ich werde die Meinung am Ende festlegen. Okay? Machen wir so. Windwanker. Zehn. Na, sieben, acht, sechs. Windwanker, ne? Der alte Simon, der lustige Masturbationshumoriker. Moment, was hier? Der erfüllt nicht. Alter, erfüllt nicht die Richtlinien, weil ich Wanker geschrieben hab. Haha, das ist ja geil. Okay, komm, dann nehmen wir halt doch Waker. Ja, jetzt geht's, komischerweise. Äh, ja, Windwanker. Man hört nur, man hört nur den Wind und ganz leise irgendwo. Hahaha. Das ist der Windwanker. Nicht zu verwechseln. Okay, also, die Abstimmung ist da am Stizzle. Ihr könnt, ähm, abstimmen, wie ihr es findet. Ich sage, für mich war das... Eine Neun. Eine Neun ist eine gute Neun. Ist eine gute Neun für ein gutes Spiel. Ihr sagt jetzt schon zu 39% eine Zehn. Das finde ich auch voll in Ordnung. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, ne? Aber... Ist es nicht doch eine Neun? Ist es nicht doch eine Neun? Jetzt seid doch mal ehrlich. Was denkt ihr denn? Es ist schon toll. Aber es hatte ja auch ein paar... Es hat sich gezogen. Es war vielen Leuten zu leicht. Es gab ein, zwei Mechaniken, die waren ein bisschen langwierig. Das, ähm... Das Schatzheben fand ich unglaublich nervig und anstrengend. Das hat zwar Bock gemacht, aber dann mussten... Dann haben sie es übertrieben. Dann musste man es irgendwie übertrieben lange machen. Und dann hat es wieder... Hat es einen wieder genervt. Ocarina ist eine Zehn, ne? Das finde ich nämlich auch. Sehr, sehr schwer. Die Triforce-Hunt war zu nervig. Das ist exakt das, was ich meine. Deswegen gibt es bei mir eine Neun von Zehn. Damit bin ich einverstanden. So, jetzt kommt was. Da könnt ihr nochmal übernehmen. Denn da habe ich auch eher nur eine... eine normale, durchschnittliche... Redakteursmeinung zu. Weil ich habe es natürlich gesehen. Habe es gespielt. Ich glaube, wir haben das sogar vor kurzem mal in Speedruns gehabt. Weiß ich nicht genau. Gregor hat es mir schon in Retro-Club mal gezeigt. Es ist ein selbst ablaufender Shooter. Bei dem man auf diesem Panzer-Dragoon sitzt. Ich weiß gar nicht, ob die Dragoons heißen oder was so der Kontext ist. Ich kenne leider gerade die Story nicht. Es gibt natürlich viele Spiele aus dieser Reihe, muss man dazu sagen. Es ist auch nicht immer ein Shooter. Es war auch schon ein Rollenspiel. Also es gibt eben verschiedene Genres in diesem Universum. Und das Schöne hier ist, wenn überhaupt... Nein, nicht wenn überhaupt. Es ist schon schön. Das Schöne ist, dass einfach alles irgendwie so richtig top aussieht. Das kann man heute auch nicht mehr so gut nachvollziehen. Aber das war damals eine richtig schöne Optik, wie sich das alles die ganze Zeit bewegt. Und es war eben nicht so ein langweiliger Railgun-Shooter, wo man einfach nur immer dieselbe Animation sieht, immer dieselbe Situation. Sondern hier konnte man eben, wie ihr seht, sein Reittier auch steuern und konnte eben von vorne angreifen. Hier jetzt muss man von vorne, weil nur vorne es möglich ist, Schaden zu machen. Parallel wird man aus allen anderen Richtungen auch noch angeballert. Also es war, finde ich, ein sehr, sehr schönes Konstrukt. Was aber auch schnell durchgespielt war. Wo ich schon sage, naja, eine 7 würde ich wahrscheinlich geben. Ich weiß, Leute haben das damals gefeiert wie nix. Also viele würden sagen 9 oder so, denke ich mal. Ich würde wahrscheinlich eher eine 7 geben. Zu einer 8 würde ich mich auch noch hinreißen lassen. Wohl wissen, dass es viele Fans hat. Aber wenn man es jetzt mal ohne Panzer Dragoon-Historie sieht, ist es halt ein Rail-Shooter ohne Rail, aber ein Schlauch-Shooter. Ein Schlauch-Shooter, ein 360-Schlauch-Shooter. In dem man sich in alle Richtungen umgucken kann, aber dennoch immer wieder wahrscheinlich dieselben Wellen kommen. Ich glaube nicht, dass die anders kommen. Da tue ich mich super schwer, da mehr zu geben. Man, ein 7. Ich gucke mal gerade, was habe ich noch andere gegeben? Metroid Prime, eine 8. Acht. Na, es hätte schon eine 8 auch. Es könnte locker easy eine 8 kriegen. Also da kann ich mich wirklich hinreißen lassen zu. Dann komm, ich lasse mal euch. Ich lasse euch abstimmen, ob eine 8 oder 7. Das will ich noch machen. Hier könnt ihr nur wählen zwischen der 8 oder der 7, weil ich wirklich wissen will, wo das Zünglein an der Waage ist bei euch. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ja, ihr könnt euch das Spiel nochmal angucken. Es ist auf jeden Fall das Letzte, was wir jetzt bewerten. Ich wollte eigentlich nur kurz 15, 20 Minuten da durchgehen. Es ist gekommen, wie es immer kommt. Wir haben da jetzt mal so richtig lange, mal so richtig ausgiebig über die Spiele geredet. Wenn euch das gefallen hat und ihr gerne noch die Meinung von, ich weiß nicht, wie viele da am Ende dabei sind, aber abgestimmt haben an die 15 Leute. Also wenn ihr jetzt dabei nochmal andere Leute beim Schwelgen in Erinnerung zugucken, zuhören wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die große Spielesause 2002. Wann sie kommt, kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob Rocket Beans das überhaupt schon angekündigt hat. Ich würde euch empfehlen, da mal genauer zu gucken. Gegebenenfalls postet es jetzt auch gerne jemand in den Chat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann da auch wieder seid, weil das war bisher ja nur meine Sicht der Dinge. Und ich werde mich dann auch ein bisschen mehr zurückhalten, als ich es hier jetzt natürlich naturgemäß in meinem Stream getan habe. Und werde vielleicht ein paar Punkte nennen zu den Spielen, wo ich mich auskenne, aber ansonsten nicht die ganze Zeit labern. Das heißt, ihr kriegt nochmal eine Menge anderer Meinungen zu hören. Ist wohl laut Chat diesen Monat, also nicht mehr so lange. Wir haben ja schon, der Monat ist ja nur noch zehn Tage lang. Also in den nächsten zwei Wochen kommt dann das Spieljahr 2002 bei Rocket Beans. Ich werde es auch in meinen Tagesplaner, in den Wochenplaner eintragen. Ihr könnt also in Zukunft auch bei mir gucken. Dann seht ihr dann, wann ich bei Rocket Beans bin. Und nur wenn ich bei Rocket Beans bin, lohnt es sich überhaupt einzuschalten. Das ist natürlich Quatsch. Aber dann wisst ihr, dass ich da auch bin. Und dann wisst ihr auch, warum ich nicht auf meinem Kanal streame, weil ich bei den Rocket Beans bin. Es lohnt sich also, da mal reinzugucken. Und ihr habt eine Sieben. Zu 90 Prozent habt ihr mir eine Sieben gegeben. Nicht mir, sondern dem Spiel. Aber eine Sieben zum Eintragen. Das ist doch voll in Ordnung, finde ich. Das ist ein sehr guter... Ich bin wahnsinnig beeindruckt mit der Zusammenfassung hier. Medal of Honor 7, Virtua Fighter 4, 7, Resident Evil Remake eine 8, Jedi Knight 2 eine 8, Kingdom Hearts eine 6, Morrowind eine 7. Darüber kann man diskutieren. Wir haben aber eben uns das gerade wirklich angeguckt. Und ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, das ist schon okay. Es ist ja nicht... Wir sagen damit nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber eine Sieben ist halt... Wer sich die braune Kacke antun will, der spielt halt Probe. Nein, ich weiß, wie schön es ist. Aber ich würde es gerne in einer neuen Fassung. Wir haben aber die alte Fassung bewertet. Never Winter Nights, ähnliches Problem, aber andere Lösungen. Es ist halt ein schönes Spiel. Trotz allem auch eine Sieben von Zehn. Eternal Darkness macht vieles richtig. Und vieles wurde so heute nicht mehr gemacht. Eine 8. Warcraft 3, habe ich erklärt. Kann ich nicht so gut beurteilen. Trotzdem eine 8. Mario Sunshine eine 7. Mafia eine 7. Battlefield eine fucking 10. Weil es das beste Spiel aus diesem Jahr ist. Ich würde noch mehr geben, wenn es gehen würde. No One Lives Forever 2 eine 8. Ganz toller Titel, von dem man leider heute nicht mehr viel hört. Burnout 2 eine 7. Denn es wurde später noch besser. Und ja, der zweite Teil macht nichts falsch. Aber eine 7 ist völlig in Ordnung. Times Builders 2, ganz klar eine 9. Weil es auch einen wundervollen Multiplayer-Modus hatte. Contra Shattered Soldier haben wir nur eine 6 gegeben. Weil es einfach kein gutes Contra war. Und auch nicht unbedingt ein gelungener 3D-Action-Teil. GTA Vice City brauchen wir gar nicht überlegen. Das hat natürlich nur eine 10 verdient. Und Age of Mythology haben wir eine 9 gegeben. Die kam aber von der Community. Ratchet & Clank eine 7. Könnte man sicher auch noch einen drauf machen. Aber das haben dann spätere Titel, finde ich, ganz gut erledigt. Metroid Prime eine 8. Metroid Fusion eine 7. Tom Clancy's Splinter Cell eine 9. Gothic 2, weil ihr es unbedingt so wolltet, eine 10. Und Zelda The Wind Waker nur eine 9. Und Panzer Dragoon Order eine 7. Ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Auflistung von sehr, sehr guten Spielen, die man heute zum Großteil alle noch kennt. Das heißt ja dann auch, dass es echte Klassiker sind. Ob die gut oder schlecht gealtert sind, kann man, glaube ich, an dieser Liste ganz gut erkennen. So. Und damit beenden wir jetzt hier diesen Part des Streams. Ich bedanke mich bei allen, die hier munter mitgemacht haben. Und ich schicke das hier dann auch gleich nachher an meine geschätzten Kollegen bei Rocket Beans, dass sie es in die Wertung einfließen lassen können. Danke nochmal an die Erinnerung. Ich habe es nämlich total vergessen. Wollte es eigentlich machen letzte Woche. Habe es dann vergessen. Jetzt wurde ich nochmal dran erinnert. Das hat mir sehr geholfen. Sonst hätte ich das heute nicht mehr machen können. Okay. Und damit landen wir jetzt beim zweiten Teil dieses wundervollen Streams, den ich jetzt auch gleich mir in meine Stream-Info haue. Nämlich Starship Troopers Terran Command.